Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial Reihe Grundlagen in Revit und ich möchte in diesem Tutorial Ihnen zeigen, wie Sie so ein Detail zeichnen können. Ich sage jetzt hier bewusst zeichnen, denn was wir jetzt machen oder ab jetzt sind eigentlich nur noch Zeichnung. Ich habe eigentlich bisher, wo wir modelliert haben, wo wir quasi unserem 3D-Modell gearbeitet haben, immer ganz bewusst den Begriff zeichnen vermeidet, denn obwohl wir dort durchaus mit 2D-Zeichenwerkzeugen gearbeitet haben, wenn wir zum Beispiel eine Wand anhand ihrer Führungslinie, was letztendlich nur eine 2D-Linie ist, konstruiert haben oder eine Decke anhand der Deckenumrisse, was letztlich nur eine 2D-Polle-Linie war, haben wir im Endeffekt aber immer Modelle produziert. Wir haben da keine Zeichnungen produziert. Deswegen versuche ich das auch sprachlich ein bisschen zu trennen, denn wir haben dort modelliert. Jetzt ist es allerdings wirklich so, dass wir hier bei so einem Detail dann anfangen, das Modell mit sogenannten 2D-Zeichenelementen bzw. Detailelementen, die finden Sie hier unter Beschriften, hier in der Gruppe Detail, zu ergänzen. Und das ist natürlich auch ein bisschen wichtig zu unterscheiden, denn während diese 3D-Modelle, zum Beispiel die Sparren oder diese Wand oder hier diese Fette oder auch die Dachrinne, überall zu sehen sind, weil es sind ja 3D-Elemente bzw. 3D-Bauteile, die sehen Sie in jeder Ansicht, die sehen Sie, sofern es natürlich in dieser Ansicht vorkommt, oder Sie sehen Sie in jeder Perspektive, sind diese 2D-Elemente, die wir jetzt hier zeichnen wollen, wirklich nur in dieser Ansicht zu sehen. Das sind quasi nur Ergänzungen. Und das ist quasi ein Nachteil, wenn Sie hier diese Zeichenelemente hinzufügen, sehen Sie nur in dieser Ansicht und Sie müssen sie dann halt, wenn Sie die mehrfach verwenden wollen, sich quasi wiederholen, dann müssen Sie die in jeder Ansicht hinzufügen. Der andere Nachteil ist, dass Sie natürlich auch bei keiner Massenauswertung ohne weiteres berücksichtigt werden können. Wenn Sie irgendwelche Bauteillisten anlegen, ich wiederhole es nochmal, die finden Sie hier unten, da gibt es ja Fenster, Liste und so weiter. Das ist mit 2D-Elementen bzw. mit Detailelementen nicht ganz so einfach, die dann in Listen auch aufpoppen zu lassen. Das will man halt wissen. Nichtsdestotrotz ist es dennoch ein wichtiges Merkmal. Ich würde sagen, dass man ungefähr ab dem Maßstab 1 zu 50 oder anders formuliert, dass man bis zum Maßstab 1 zu 50 mittlerweile durchaus mit so einer BIMR Touring Software, sei es Revit, das können aber auch andere Systeme sein, modellieren kann. Ab 1 zu 50 kann man dann je nach Programmkenntnis, aber auch Zeit und Aufwand, dann mehr und mehr in die 2D-Detailzeichnung übergehen. Dass man dann das 3D-Modell zwar weiterhin verwendet, aber dann nicht mal jedes kleine Detail halt im 3D modelliert, sondern dass man das dann einfach nur noch in die jeweilige Planansicht einzeichnet bzw. ergänzt. Und wenn wir uns mal jetzt diese Detailansicht hier anschauen, dazu gehe ich nochmal an die Eigenschaften dieser Ansicht. Die Eigenschaften dieser Ansicht sehen Sie hier in der Eigenschaftenpalette, sofern Sie kein anderes Element hier aktiviert haben. Dann sehen Sie hier die Eigenschaften der aktuellen Ansicht, die jetzt hier offen ist. Und wenn ich dann hier mal reingehe in Modell anzeigen, dann kann ich, hier sieht man momentan ist normal eingestellt, und wenn ich dann mal sage nicht anzeigen, dann blendet er mir jetzt das Modell aus und ich sehe jetzt hier all das, was ich ergänzt habe. Ja, Sie sehen jetzt hier diese, ich habe hier diese Lattung hier ergänzt, die Dachziegel habe ich ergänzt, hier noch eine Unterspannbahn eingebaut bzw. dargestellt, hier noch so diese Abdichtung, hier noch eine kleine Randdämmstreifen, hier so ein Unterzug, und was Sie hier unten sehen, ist einfach nochmal ein Auto-Kette-Detail, was ich hier eingefügt habe. Ja, und dann sehen wir noch die Schnittbereiche und natürlich Beschriftung, gegebenenfalls noch Bemaßung. Ja, das sind die Dinge, die man halt dann noch hinzufügt, aber aufpassen, ich wiederhole es nochmal, die sind jetzt nur in dieser Ansicht. Ja, in allen anderen Ansichten werden Sie diese Sachen nicht finden. Ja, deswegen ist natürlich, wenn man es kann, wenn man weiß, wie es geht, und man will meinetwegen wirklich ein komplettes BIM-Modell haben, auch was die Massenauswertung angeht, ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie so weit wie möglich im 3 modellieren müssen. Jetzt kommt aber ein großes Aber, das ist speziell an meine Studierenden gerichtet. Oftmals ist es so, dass dann viele, die ja am Anfang mit Auto-Kette gezeichnet haben und danach dann Revit gelernt haben, dann dennoch mit Auto-Kette weiterarbeiten, mit der Begründung, dass es in dem Auto-Kette zwar aufwendig ist, aber im Endeffekt einfacher ist, denn ich kann da theoretisch alles damit machen. Warum? Weil sie produzieren im Endeffekt nur Pläne. In den Projekten geht es darum, dass man quasi Pläne dann präsentiert und dann über die Pläne das Ganze dann mehr oder weniger abwickelt das Projekt. Und da kann man das natürlich auch im Auto-Kette 2D machen. Man könnte es theoretisch sogar mit einer Hand zeichnen. Aber ich würde hier einwenden, Sie können dennoch, wenn es wirklich nur um Pläne geht, das dennoch im Revit machen, nämlich so weit wie Sie kommen, arbeiten Sie im Revit, arbeiten halt im 3D. Und natürlich, wenn Sie ja noch Revit-Anfänger sind, dann sind Sie nicht in der Lage, jetzt wirklich jedes Bauteil auch im 3D zu modellieren. Man braucht dann noch vertiefende Programmkenntnisse, um meinetwegen dann noch irgendwelche Sonderbauteile hier mit ins Modell einzufügen. Aber mein Tipp ist, arbeiten Sie so weit wie es geht im 3D und ergänzen Sie dann nur noch über die 2D-Zeichnung das Ganze dann in den Details oder in den Ansichten. Da sind Sie immer noch besser und effizienter unterwegs, weil es geht im Endeffekt nur um die Pläne, als wenn Sie alles in 2D zeichnen. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Notorial Sie auch davon überzeugen kann. Ich werde Ihnen jetzt halt zeigen, wie kann man hier noch Ansichten entsprechend ergänzen. Ich mache das hier exemplarisch in dieser Detailansicht, aber diese Technik funktioniert prinzipiell in jeder Ansicht. Ja, Sie können das auch hier in der Schnittansicht machen, das ist auch unabhängig vom Maßstab. Sie können quasi jede Ansicht damit aufwerten. Und wie gesagt, wenn Sie planorientiert arbeiten und nicht primär BIM-orientiert, sprich am Ende steht der Plan und nicht das Modell, dann können Sie theoretisch auch schon ab 1 zu 100 mit der Detailplanung anfangen und einfach ab dann alles im 2D machen und nicht alles wirklich im 3D. Ja, soviel erstmal dazu. Jetzt würde ich gerne anfangen, mit Ihnen hier dieses Detail mal zu zeichnen. Das stimmt in dem Fall wirklich der Begriff. Ich schalte nochmal um, jetzt nehme ich mal die Lösung rüber auf den zweiten Bildschirm und befinde mich jetzt hier in einem anderen Revit-Projekt, was ich ein bisschen vorbereitet habe, um jetzt hier so ein Detail mit Ihnen zu entwickeln. Und zwar ist das hier dieser Dachanschlusspunkt, ja inklusive des Fensters. Ich bin hier in einer Schnittdarstellung, QS2. Das ist alles sollte eigentlich, ja es ist der Querschnitt 2, es sollte kein Arbeitsschnitt sein. Ja, ich hatte ja gesagt, bei einem anderen Tutorial, Sie sollten sich fixe Schnitte reinlegen, deren Schnittführung ist fixiert, die ändert sich auch nicht mehr. Das sind dann die Schnitte, die auf den Plan kommen und gleichzeitig gibt es dann auch Arbeitsschnitte, die Sie immer dahin schieben, wo Sie gerade mal eine Schnittansicht brauchen. Ja, warum ist das jetzt hier nochmal wichtig zu erwähnen? Diese Detail-Elemente, die Sie jetzt hier hinzufügen, das heißt, Sie manipulieren jetzt diese Modellansicht, ja, in denen Sie jetzt hier 2D-Elemente hinzufügen, beschriften, bemaßen, eventuell kann man aber auch die Ansicht an sich noch manipulieren, auch das werde ich zeigen. Die sind natürlich ansichtspezifisch, das heißt, wenn Sie jetzt den Schnitt verändern würden, woanders hinschieben würden, dann passen diese ganze Ergänzung nicht mehr. Ja, deswegen ist immer wichtig, dass wenn Sie jetzt solche Elemente hinzufügen oder solche Manipulationen vornehmen an dieser Ansicht, dass Sie diese Ansicht dann möglich nicht mehr ändern werden. Das Modell kann sich durchaus ändern, ja, aber nicht unbedingt die Ansichten, denen Sie dann die Schnittführung woanders hinlegen und so weiter. Natürlich, wenn sich das Modell ändert, müssen Sie allerdings auch nochmal die Details durchgehen und schauen, inwieweit dann Ihre Ergänzungen beziehungsweise Ihre Manipulationen dann noch funktionieren. Ja, okay, also jetzt bin ich hier in der Schnittansicht und ich habe jetzt hier auf 1 zu 50 umgestellt. Wie gesagt, man beginnt ja die Detailplanung, meinen Tipp ab 1 zu 50, notfalls auch ab 1 zu 100, ja, das wäre auch möglich, nur Sie müssen halt dann wesentlich mehr ergänzen, als wenn Sie jetzt bis 1 zu 50 in 3D modelliert haben, also in 2D ergänzen. Und ich fange jetzt hier ab 1 zu 50 an und gehe jetzt hier auf Ansicht und finde jetzt hier den Detailausschnitt. Dann kann ich ja auswählen, was ich hier, wie ich es machen will, Freihandskizze, dann könnte ich einen beliebigen Rahmen drumherum ziehen oder ich gehe jetzt hier auf eine rechteckige Form und das wäre in unserem Fall durchaus sinnvoll. Gehe also hier auf rechteckig und ziehe jetzt hier über diesen Ausschnitt hier so ein Rechteck drüber und setze das jetzt hier ab. Jetzt gibt es hier noch eine Beschriftung, die ist natürlich jetzt hier ungünstig platziert und dazu klicke ich die hier nochmal an, hier den Rahmen und schiebe die jetzt hier auf die andere Seite, hier an dem Griff anfassen und hier raus. Momentan ist die noch leer. Das liegt daran, dass dieses Detail noch nicht platziert ist, weder auf dem Plan noch ist es hier zugeordnet. Das können wir aber gleich ändern, indem wir hier den Ansichtsnamen vergeben und ich nenne das Detail einfach Dachanschluss oder so ähnlich. Fällt mir nicht besser das ein, also ich nenne einfach mal Dachausschnitt oder Dachanschluss. Sie können theoretisch auch nochmal internen Namen verwenden und dann mal einen anderen Namen auf dem Plan vergeben. Ja, also manchmal ist es so, dass man intern das ein bisschen anders noch nummeriert oder benennt, ja, um das einfacher zuordnen zu können und auf dem Plan hat man nochmal eine andere Benennung. Ja, ich mache das jetzt mal, lass es mal so. Dann können wir hier mal rausgehen und hier nochmal kurz die Eigenschaften einstellen. Wichtig ist hier, es gibt ja zwei verschiedene Varianten, wie Sie so ein Detail machen können. Aktuell war jetzt hier voreingestellt, die Typeigenschaften, dass das hier zu den Schnitten gehört. Jetzt sehen Sie hier, dass dieses Detail wird jetzt hier bei den Schnitten zugeordnet. Ja, Sie können aber auch sagen, nee, das soll wirklich eine Detailansicht sein. Dazu gehe ich nochmal an die Eigenschaften und gehe jetzt mal an den Typ hier oben und ändere das hier ab, ändere den Typ und sage ich hier, das ist eine Detailansicht. Ja, jetzt wird das hier ein bisschen abgerundet, ja, das ist hier in den Typeneigenschaften entsprechend eingestellt und jetzt sehen Sie, wenn Sie jetzt hier auf Projektbrowser gehen, haben Sie jetzt eine neue Kategorie und dann haben wir jetzt hier den Dachanschluss. Hier können Sie jetzt Ihre ganzen Detailansichten darstellen. Ja, Sie können also nochmal entscheiden, soll das jetzt ein Schnitt sein, ja, der einfach nur zugeschnitten ist, ja, dann käme das hier unter die Kategorie Schnitte oder soll das eine echte Detailansicht sein. Ja, jetzt können wir die Detailansicht mal hier uns anschauen und zwar einfach doppelt draufklicken und jetzt wird er wieder speichern, das können wir wegklicken und jetzt sehen wir hier den Ausschnitt entsprechend angezeigt. Wichtig ist immer, dass Sie am Anfang schon mal schauen, welchen Maßstab wollen Sie verwenden, ja, und deswegen gehe ich mal auf 1 zu 25, denn je nach Maßstab ändert sich natürlich dann die Größe Ihrer Beschriftung und Bemaßung und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ja, die jetzt schon in Ihrem Projekt relativ weit fortgeschritten ist, dass im Nachhinein zu ändern ist immer sehr unangenehm, weil dann müssen Sie eventuell noch mal Ihre ganzen Beschriftungen bemaßen und gegebenenfalls sogar, wenn Sie dann noch irgendwelche Sachen hinzugefügt haben, hier diese Detail-Elemente dann auch noch mal abändern. Ja, deswegen ist es zu empfehlen, den Maßstab möglichst am Anfang einzustellen und im Nachhinein nicht mehr groß zu ändern. Und um uns zu schauen, ob der Maßstab passt, sollten Sie vielleicht auch schon mal das Detail, auch wenn es momentan überhaupt noch nicht fertig ist, auf dem Plan zu platzieren, denn was natürlich auch oftmals vorkommt, ja, man arbeitet da an dem Maßstab, arbeitet in dem, dann will man es später auf dem Plan platzieren, stellt fest, der Maßstab passt nicht, passt nicht und ändert dann den Maßstab. Und das setzt natürlich dann wieder, und das erfordert dann wieder Änderungen im Detail. Deswegen machen wir hier sofort eine Platzierung auf dem Plan, da schon mal einen vorbereitet, ich mache das hier ganz simpel, einfach nur ein A4-Plan ist das, glaube ich, und ziehe jetzt hier mal meinen Detail drauf. Und das wird relativ groß angezeigt, lassen Sie sich damit nicht irritieren. Jetzt wird es, das ist quasi der große Rahmen, hier ist jetzt nochmal der Zuschnitt, das können wir das hier noch ein bisschen reinschieben. Wir können die vielleicht noch ausblenden, gehen wir mal in die Eigenschaften, hier ist irgendwo noch ein Rahmen, der hier, na, das ist dieser, den können wir eh ausblenden, und die, ne, wir müssen aktiv schalten, müssen wir schalten, das ist nämlich der Gesamtbereich, ja, das ist der ganze Schnitt, den er jetzt hier anzeigt, komischerweise, den können wir natürlich wieder aktivieren, ja, wir können den Rahmen ausblenden, und den, so, ja, das wird eh automatisch ausgeblendet, sobald sie hier weggehen, dieser zweite Rahmen, so, hier sehen wir, da müssen wir was anpassen, aber wir sehen, wird das jetzt unser, wird das wirklich unser Plan sein, den wir später ausdrucken, dass der Maßstab passt. Was ich auch noch zeigen wollte, deswegen habe ich hier, dass es schon mal auf den Plan eingefügt ist, dass das Ganze jetzt hier nummeriert wird, ja, Sie sehen hier, der Plan hat eine Nummer, Plan Nummer 3, ja, und hier ist nochmal das Detail, und das Detail hat hier auch eine Nummer, nämlich Detail Nummer 1, und wenn wir jetzt nochmal zurück hier gehen, auf unseren Schnitt, wo wir das Detail erzeugt haben, hat jetzt hier auch die Nummer eingetragen, ja, Sie sehen hier oben die Detail Nummer 1, und er trägt hier unten dann nochmal die Plan Nummer ein, auf welchen Plan das Ganze abgelegt ist, um das dann auch zuordnen zu können. Warum ist das so? Das ist einfach eine Beschriftung, und die können Sie auch ändern, wenn wir hier in die Typeigenschaften gehen, dann finden wir hier die Detail Beschriftung, ja, und dann können wir jetzt hier nochmal reingehen, und dann können wir hier noch verschiedene Beschriftungskategorien, je nachdem, welche da geladen sind, hier rausholen. Hier sehen Sie auch nochmal den Eckradius, ja, die können sich jetzt noch ein bisschen größer wählen, ich mache hier mal 7, ja, und dann sehen Sie, wenn Sie jetzt hier auf OK gehen, und das hier nochmal rüberschieben, dass hier die Rundungen noch größer geworden sind, ja, da können Sie auch die Rundungen nochmal einstellen. Ja, jetzt haben wir das soweit schon mal platziert, auf dem Plan, wir haben das hier gezogen, das passt, und jetzt können wir uns daran machen, das Detail entsprechend zu bearbeiten, beziehungsweise zu ergänzen. Das ist jetzt hier, ist die Detailansicht, und ich werde hier zunächst erstmal diese Beschriftung rüberwählen, die ist hier auf der falschen Seite, deswegen klicke ich hier meine Ebenen weg, so, und man kann die auch ganz ausblenden, ich lasse sie mal drin, ich finde das eigentlich ganz praktisch, das auch im Detail mit anzuzeigen, ist natürlich Geschmackssacke, und jetzt gehe ich mal hier rüber, und dann habe ich hier hinten so einen Haken, hier kann ich jetzt auf der anderen Seite die Beschriftung einblenden, hier auch, hier auch, und ziehe das Ganze dann hier unten über den Griff, jetzt noch mal ein bisschen näher ran, hier ist der Punkt, hier kann ich es näher ran ziehen, und jetzt habe ich das hier nicht mitgehabt, das war, so, jetzt rastet das jetzt hier ein, hier unten sieht man, jetzt rastet das jetzt hier ein, das passt, ich muss natürlich dasselbe machen, dass ich das hier einfach, ja, ungefähr bis hierher ziehe. So, das war die eine Ergänzung, jetzt möchte ich hier oben noch einen geraden, einen geraden Schnitt haben, nicht so eine, so eine Kante, deswegen gehe ich hier nochmal an die Eigenschaften von meinem Detail, und mache hier einen, den Plastikzuschneidebereich, zeige ich nochmal an, und kann das jetzt hier oben anfassen, und hier, jetzt hier oben gerade einen Abschluss, einfach größer machen. So, vom Fenster her, müssen wir nochmal schauen, ob das passt, und, ja, jetzt haben wir das, und jetzt möchte ich einfach mal hier ein paar Bearbeitungsschritte mit Ihnen durchgehen, um jetzt hier diese Ansicht zu verändern. Was ich zuerst machen will, ist jetzt hier unten das Fensterdetail einbauen, und das mache ich über ein AutoCAD-Detail, weil die viele Details, die werden heutzutage auch im Form von, oder werden immer noch in Form von AutoCAD angeboten. Ich habe da mal zwei Internetseiten rausgesucht, ja, wo man das machen kann, ich habe hier diese hier verwendet, ja, ich werde diese Links dazu auch noch unten in die Beschreibung mit hinzufügen, und hier finden Sie jetzt gewisse Details, das ist, glaube ich, alles komplett 2D. Ich habe einfach mal oben Rollladen eingegeben, also Fenster mit Rollladen, mir dann hier irgendwas hier rausgesucht, was heißt nicht irgendwas, ich habe Wert drauf gelegt, ein Fensterdetail zu finden, wo die Revisionsöffnung des Rollladens innen ist, ja, ich selbst wohne ja in einem Haus, wo die Rollladenöffnung außen ist, und finde das total nervig, dass wenn dann irgendwas defekt ist am Rollladen, immerhin ist so ein Rollladen eine mechanische Geschichte, ja, die kann kaputt gehen, und dann ist es natürlich total nervig, wenn man dann jedes Mal anleitern muss, wenn oben im Fenster, ab dem ersten Obergeschoss, dann irgendein Rollladen kaputt ist, ja, und das finde ich eigentlich total albern, ich finde das viel besser, das Ganze innen zu machen, und, ja, ist Geschmackssache, ich will ja nur erläutern, warum ich das so gemacht habe. Ich habe mir sowas hier runtergeladen, als AutoCAD, musste das allerdings im AutoCAD noch nachbearbeiten, aber dazu gleich später. Es gibt noch eine weitere Seite, die ich empfehlen kann, das ist diese hier, BIM Object, hier finden Sie nicht nur 2D Details, oder AutoCAD Details, hier finden Sie das Ganze auch noch im Revit, ja, es gibt auch 3D Details, ja, das gibt es natürlich auch, das können Sie dann hier eventuell runterladen, je nachdem, ob es da irgendeiner sich die Mühe gemacht hat, da was zu erzeugen für sein Produkt, ja, wenn Sie auf BIM Object gehen, können Sie auch wieder einen Besuchbegriff hier oben eingeben, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so viel auf Deutsch findet, also vormals schon, ja, ist ja einiges drin, wenn Sie es auf Deutsch eingeben, ich muss gestehen, ich benutze das eigentlich meistens immer in Englisch, wenn ich es benutze, aber probieren Sie es gerne aus, und dann können Sie hier bei Dateiformate hier nochmal anhakeln, wollen Sie jetzt hier AutoCAD haben, und Sie werden sehen, da gibt es auch noch Revit, ja, beziehungsweise sogar Familienkataloge und so weiter, ja, also da finden Sie diverseste Formate, ja, je nachdem, das sind meistens Drittanbieter, also irgendwelche Hersteller von Bauteilen, die dann Ihre Produkte, in der Regel sind es Ihre Produkte, einfach dann hier in irgendwelchen CAD- oder BIM-Formaten angeben, ja, und dann können Sie dann hier filtern, und auf Apply, Sie müssen sich ja noch registrieren, ja, hier müssen Sie sich nicht registrieren, dann können Sie es einfach runterladen, man kann es glaube ich auch, ich habe mich nicht registriert, ich bin einfach runtergeladen, das hat auch ohne Registrierung funktioniert, hier ist es so, um das runterzuladen, müssen Sie sich dann registrieren, ja, wenn Sie jetzt auf irgendwas gehen, ich nehme mal jetzt hier irgendwas, nehmen wir das, Sie gehen ja auf Download, dann sehen Sie, achso, jetzt kann ich ja, oh, es geht sogar, ah ne, jetzt bin ich aber baff, geht das auch so, das finde ich aber jetzt, Download, ja doch, es macht er auch so, okay, ist mir jetzt neu, bisher musste ich mich immer registrieren, ich habe, man kann sich ja mit dem Auto, normalen Autodesk Login auch registrieren, warum der das jetzt macht, vielleicht ist das jetzt neu, ja, wenn es auch ohne Registrierung geht, ja, umso besser, da habe ich jetzt irgendwas Falsches erzählt, vielleicht ist es auch abhängig von dem Hersteller, vielleicht verwagen einige Hersteller die Registrierung, manche verlangen es vielleicht auch nicht, ja, probieren Sie es einfach aus, ja, ansonsten, wenn Sie sich registrieren müssen, das geht auch mit dem normalen AutoCAD Login, ja, Sie müssen jetzt kein extra Login anlegen, okay, soviel dazu, und wie gesagt, ich habe mir hier eins runtergeladen von der Plattform, und das möchte ich jetzt hier einfügen, bevor wir das allerdings machen, nochmal einen Blick ins AutoCAD, was Sie hier sehen, ist schon das Endprodukt, ich habe das hier nochmal nachbearbeiten müssen, ja, also die Layer waren alle in einer Farbe, das fand ich nicht so gut, ich habe auch noch ein paar Sachen rausgenommen, ja, die ganze Beschriftung und so weiter, habe ich hier entfernt, ich habe teilweise auch das nochmal hier in den Maßen angepasst, ja, dass es auch zu meinem Bauteil oder zu meiner Anwendung dann passt, ja, hier von der Breite her und von der Höhe, also Sie sehen, dass AutoCAD-Kenntnisse selbst dann noch ganz praktisch sind, wenn Sie zukünftig mit BIM-A-Turing-Software arbeiten, ja, weil Sie können immer, weil viele Ausgangsdaten, also C-Ausgangsdaten werden im DWG-Format geliefert, und Sie können sie zum Beispiel im Revit nicht bearbeiten, ja, Sie können sie halt dort nur anzeigen, Sie können die Linienstärken einstellen und das Ganze anzeigen, aber bearbeiten können Sie es dort nicht, wenn Sie es referenzieren, ja, und deswegen ist es immer ganz praktisch, Sie tun das vorher im AutoCAD bearbeiten und dann ins Revit, ich hätte beinahe gesagt, einfügen, aber ich will es nur verlinken, ich möchte das nicht einfügen, sondern nur einfach nur anzeigen in meiner Revit, in meinem Revit-Projekt. Ja, wenn Sie das bearbeitet haben, sind noch ein paar Sachen zu beachten, unabhängig von der Optimierung, das eine sind die Einheiten, das sollten Sie einfach mal überprüfen, wie sind da die Einheiten eingestellt, das ist oftmals falsch, dazu gehe ich hier oben nochmal auf das rote A, dann hier auf die Zeichnungs-Eigen-, hier unten auf Zeichnungs- und Programm-, also Werkzeuge verwalten von Zeichnungen, das hier unten, ja, hier mit diesem Maulschlüssel, dann gehen wir hier auf die Einheiten, und hier sollten Sie mal schauen, was ist hier eingestellt, ja, hier sind Millimeter eingestellt, vor allem sollen Sie aber auch nachmessen, ob das wirklich Millimeter sind. Oftmals ist es so, dass man hier das komplett weglässt, ja, dass gar keine Einheit eingestellt ist, das meckert da auch rum, wenn ich das nachher dann ändern will, ja, oder was auch vorkommen kann, dass hier meinetwegen Millimeter steht, ja, man aber hier in der Zeichnung selber mit Meter oder Zentimeter gearbeitet hat, ja, und das führt dann unter Umständen zu Problemen, wenn Sie das Ganze dann in anderen Zeiten, anderweitig verwenden wollen, ja, deswegen werden wir es noch kontrollieren, also Millimeter, das checken wir mal, das ist, gehen wir auch hier auf Nachmessen, gehen wir auf Abstand und tun mal irgendein Maß hier messen, wo man das ungefähr nachvollziehen kann, ob das passt, zum Beispiel das hier unten, ja, und dann sehen wir hier 36 Millimeter, das 3,6 Zentimeter, das könnte hinkommen, ja, also Millimeter, das sollte hier funktionieren. Ein weiterer Punkt, den man noch gegebenenfalls berücksichtigen sollte, wäre hier das Weltkoordinatensystem, wo ist das? das, gerade wenn Sie Lagepläne bekommen von Vermessern, kann es passieren, dass das Weltkoordinatensystem manchmal kilometerweit entfernt ist von der Zeichnung, die für Sie relevant ist, ja, und das erkennen Sie daran, dass das dann nicht in der Nähe von der Zeichnung angezeigt wird, sondern meistens hier unten irgendwo in der Ecke und wenn Sie dann mal hier auf Koordinaten gehen, das ist ja einblenden Koordinaten und dann fahren Sie mal mit der Maus, also Sie haben quasi kein Befehl aktiv und fahren mit der Maus mal über Ihre Zeichnung, dann zeigt er Ihnen hier unten die jeweiligen Koordinaten an, vom jeweilig eingestellten Koordinatensystem, für uns ist das WKS, das Weltkoordinatensystem relevant, meines Wissens erkennt er keine BKS im Revit, also wären wir jetzt neu, ja, bisher kennt er nur das WKS, also das Weltkoordinatensystem, was Sie nicht verändern können und wenn Sie jetzt quasi das Koordinatensystem sonst wo wäre, irgendwo kilometerweit entfernt, dann kriegen Sie hier halt dann die Koordinaten angezeigt und die sind dann relativ groß. In unserem Fall sehen wir hier, Sie sehen es, das zeigt er mir jetzt immer hier unten an, ja, also, sobald das Koordinatensystem nicht mehr zu sehen ist, ja, hier in der aktuellen Ansicht wird das hier unten eingeblendet. Jetzt zeigt er es mir wieder hier in der Nähe an, jetzt passt das, ja, das ist eigentlich der originale Punkt, ja, und sobald ich aber jetzt hier mal rausgehe, ja, dann wird es immer hier unten eingeblendet und das ist dann auch der Fall, wenn das irgendwo hier oben, ja, kilometerweit entfernt ist, dann wird das auch hier unten immer einblenden. Ja, ich kann das aber kontrollieren, mit der Maus einfach hier drüber fahre und dann können Sie auch hier die Koordinaten ablesen und sehen, wenn die jetzt riesengroß sind, dann wissen Sie, das Koordinatensystem ist komplett weit entfernt, das ist eine Möglichkeit, das zu kontrollieren und die andere ist, wo wird das angezeigt. Falls das Koordinatensystem überhaupt nicht angezeigt wird, können Sie auch hier auf Ansicht gehen, also hier Menüleiste einblenden, ja, und dann auf Ansicht und dann muss ich gucken, BKS-Anzeige, BKS-Symbol, das sollte eingeschaltet sein, ja, dass es immer eingeschaltet ist. Manchmal kann man, manchmal ist es auch ausgeschaltet, aus irgendeinem Grund, das soll ich aber nicht empfehlen, ja, mit so zu arbeiten. Das sind, jetzt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, die wichtigsten Eigenschaften. Wir merken uns mal, das Koordinatensystem ist hier oben in der Ecke, ja, und jetzt wollen wir das mal im Revit referenzieren, die AutoCAD-Datei und wir gehen dazu zurück ins Revit. Wo ist es? Hier und das soll jetzt hier unten eingefügt werden. Hier müssen wir noch Folgendes beachten und zwar sollten wir hier nochmal den internen Ursprung einblenden. Dazu gebe ich die Tastaturkürzel VG ein, dazu geht er mir hier in die Sichtbarkeit und Grafiken, ja, eine ganz wichtige Eigenschaft, oder Einstellung, das einzige Tastaturkürzel, was ich in der Regel in Revit verwende, ist dieses, wenn man das so häufig braucht. Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, wir haben im Revit nicht die Möglichkeit, wie in AutoCAD oder auch im ArchicAD mit Leeren oder Ebenen die Sichtbarkeiten zu steuern, indem man die Leere oder Ebenen an- und ausschaltet, sondern hier geht es nur über die Bauteil- oder beziehungsweise Elementkategorien, also Bauteil- und Modellkategorien oder Beschriftungskategorien oder Kategorien vom Berechnungsmodell. Ja, und ich möchte hier unter Modellkategorie Gelände oder Grundstück hier den internen Ursprung anzeigen. Aufpassen, wer jetzt eine ältere Revit-Version hat, der wird diese Option nicht finden, die ist meines Wissens brandneu, die gab es glaube ich erst ab der Version 21 und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sogar sein, erst mit dem letzten Update, aber lagen Sie mich da bitte nicht fest, auf alle Fälle ist die relativ neu. Wenn Sie bei Ihnen nicht zu sehen ist, auch nicht so schlimm, eventuell Projektbasispunkt oder Vermessungspunkt einblenden. Ja, in der Regel, wenn Sie so gearbeitet haben, wie ich es Ihnen von Anfang an gezeigt habe, wäre das dasselbe, wie Sie auch gleich sehen werden. Ich mache trotzdem mal den internen Ursprung hier an, gehe auf OK, jetzt sehen wir erstmal gar nichts, ja, das liegt einfach daran, weil hier noch der Schnittbereich aktiviert ist. Den Tumor, den Zuschneidebereich, den Tumor jetzt mal ausschalten. Jetzt sehen wir hier wieder den gesamten Schnitt und sehen dann auch hier unten hier unseren Projektbasispunkt, ja, die haben auch den, oder halt hier, das ist jetzt neu, hier das ist der interne Ursprung, ja, wenn Sie so gearbeitet haben, wie ich es Ihnen empfohlen habe, beziehungsweise die Tutorialreihe durchgearbeitet hat, der wird, da fallen die beiden zusammen, ja, Projektbasispunkt und interner Ursprung, deswegen wäre das egal, in unserem Fall. Sie werden gleich sehen, warum ich das gemacht habe und jetzt werden wir hier die AutoCAD-Datei referenzieren, dazu gehen wir auf Einfügen und hier auf AutoCAD verknüpfen. Ganz wichtig, nicht AutoCAD importieren, das ist eine ganz andere Geschichte, ja, wenn Sie importieren, dann wird quasi die AutoCAD-Datei oder die DWG-Datei in Ihr Revit-Projekt hinein kopiert, ja, sie wird dann quasi Bestandteil Ihrer Revit-Datei, Ihres Revit-Projektes und wird dann gegebenenfalls sogar konvertiert, ja, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Tutorial ganz am Anfang mal erläutert, ja, Sie können das dann auch auflösen und so weiter und dann wird das Ganze übersetzt, ja, in Revit-Elemente, meistens, wenn Sie eine AutoCAD-2D-Zeichnung haben, in Revit-Detail-Linien und so weiter, das bläht aber Ihr Revit-Modell unter Umständen extrem auf, vor allen Dingen dann, wenn die AutoCAD-Datei riesengroß ist. Ich würde das nicht empfehlen, so zu arbeiten, zumal, wenn Sie eh AutoCAD haben und AutoCAD beherrschen, sind Sie eigentlich besser, also tun Sie sich mal aus meiner Sicht leichter, wenn Sie das im AutoCAD lassen und einfach nur referenzieren, indem Sie das hier verknüpfen, wie so eine externe Referenz würde man das im AutoCAD nennen. Also, ich mache jetzt hier den Weg über die Verknüpfung, gehe jetzt auf CAD verknüpfen. Die einzige Sache, die Sie bei CAD verknüpfen, berücksichtigen müssen, ist folgendes, dass Sie möglichst Ihre sämtlichen Revit-Dateien oder Ihre Revit-Projektdatei, da gibt es ja eigentlich nur eine, der Rest sind irgendwelche Backups, aber dann alle sämtlichen Dateien, die Sie in dieser Revit-Datei als Verknüpfung verwenden, möglichst in einem Projektordner abspeichern. Ja, weil wie gesagt, wenn Sie jetzt diese Revit-Datei, das ist jetzt hier meine, hier ist meine Projektdatei drin, wenn Sie die, meinetwegen jetzt woanders hin verlegen, das heißt, der Pfad ändert sich, ja, zwischen dem Revit-Projektdatei und den verknüpfen Dateien, das können DWGs sein, das können Bilder sein, das können BTFs sein, das können andere Revit-Projekte sein, sobald sich der Pfad ändert, findet er das nicht mehr wieder. Ja, deswegen ist es wichtig, haben Sie einen Projektordner, wo alles drin ist und Sie verschieben immer nur den Projektordner hin und her. Und dann bleibt die interne Zuordnung zwischen der Projektdatei und den verknüpften Dateien immer gleich, weil die ja immer im selben Ordner bleiben. Ja, das muss man, sollte man möglichst beachten, ja, weil der arbeitet eigentlich automatisch mit relativen Faden und das geht natürlich aber nur dann, wenn die sich in einem, gemeinsam in einem Haupt verzeichnen, das ist, sprich in einem Projektordner oder in einem Ordner befinden. Okay, ich gehe jetzt also hier auf DWG, hier sind meine DWGs drin, hier ist die DWG-Datei und jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das Wichtigste ist, dass wir sagen, jetzt bei unserem Detail, das wollen wir ja nur in der aktuellen Ansicht sehen. Ja, woanders macht das Ding keinen Sinn. Ja, deswegen sagt man hier, nur in aktueller Ansicht. dann haben wir hier noch die Einstellung bezüglich der Leer, ja, da können wir hier die Farben noch anders einstellen, ja, also beibehalten heißt, wir haben dieselben Farben im AutoCAD der Leer wie jetzt auch hier im Revit, das ist dann praktisch, wenn Sie mit demselben Hintergrund arbeiten, ja, als wenn Sie im Revit einen hellen Hintergrund verwenden und im AutoCAD ist es bei mir überhaupt der Fall, ja, ist es eh, ist beides Hintergrund. Manchmal ist es so, ja, es war früher glaube ich so, da konnte man im Revit die Hintergrundfarbe nicht ändern, da war die meistens weiß, während viele im AutoCAD mit schwarzem Hintergrund gearbeitet haben und das hatte dann zur Folge gehabt, dass man die Farben, die man im Auto, die Leerfarben, die man im AutoCAD gut sehen konnte, im Revit nicht so gut gesehen hat und daher gab es die Möglichkeit, das einfach zu umzukehren, die Farben, ja, dann wurden die Farben, also wo ist mein Revit wieder hin, hier, dann wurden die Farben einfach umgekehrt, wie gesagt, in meinem Grund brauche ich das nicht, Sie können aber sagen, ich will alles schwarz-weiß haben, ja, ich tue einfach beibehalten, das ist hier interessant, hier können Sie jetzt entscheiden, was wollen Sie jetzt hier reinholen oder darstellen im Revit, also sichtbar, also verfügbar haben, welche Leer, da können Sie sagen, alle, ja, wäre eine Möglichkeit, Sie können aber sagen, nur die sichtbaren, also sprich, die Leer, die jetzt aktuell hier sichtbar sind, das ist dann interessant, was man oftmals der Fall ist, dass man eine Zeichnung bekommt mit, was weiß ich, x Leern, vielleicht 100 Leern, man braucht aber nur eine Handvoll oder so und dann ist natürlich praktisch, wenn man sagt, okay, die anderen soll er gar nicht erst ins Revit mit reinholen, dann kann man die hier einfach ausschalten, entweder hier über die Namen, also über Leermanager, können Sie hier das über die Namen einfach ausknipsen, sofern die Namen Ihnen was sagen, falls die Namen Ihnen nichts sagen, was auch manchmal oft vorkommt, dass hier irgendwelche kryptischen Bezeichnungen verwendet werden und keiner weiß so richtig, was die bedeuten, dann können Sie das auch einfach über die Elemente ausschalten, ja, dann gehen Sie oben einfach hier auf Frieren, ja, klicken das hier an und klicken Sie auf das Element, was Sie nicht sehen wollen und dann wird der ganze Leer ausgeschaltet, ja, zum Beispiel, muss man natürlich aufpassen, dass eventuell andere Elemente auch mit ausgeschalten werden, die ebenfalls den Leer zugeordnet sind. Jedenfalls können Sie mit dieser Methode quasi sämtliche Leer ausschalten, die Sie nicht brauchen und können dann später, in späterer Folge, hier im Revit sagen, okay, nimm nur die sichtbaren, aber aufpassen, Sie können meines Wissens nicht mehr im Nachhinein irgendwelche Leer wieder dazunehmen, ja, falls Sie sich da irgendwie geirrt haben, ja, da muss man das ganze Ding dann wieder, glaube ich, komplett neu reinholen oder so. Andere Option, die es auch noch gibt, dass Sie sagen, auswählen, ja, wenn Sie das aktivieren, dann poppt dann, sobald Sie hier auf Öffnen gehen, dann so ein Auswahlfeld auf und dann können Sie die Leer anhand der Namen auswählen. Das setzt natürlich voraus, dass Ihnen die Namen auch was sagen. Ich sage mal jetzt hier nur sichtbar, das passt bei mir. Dann gibt es noch die Einheiten, das hatte ich Ihnen vorhin eh erklärt. Sie müssen natürlich, wenn Sie auf Automatisch gehen, dann setzt das voraus, dass auch die Einheiten im AutoCAD richtig eingestellt sind. Ja, ansonsten, wenn Sie dann Fehler festgestellt haben, können Sie das im AutoCAD korrigieren. Sie können aber auch hier sagen, nee, nee, ich habe das ausgemessen, das müssen Zentimeter sein und dann sagen Sie, okay, er soll es als Zentimeter interpretieren. Ja, das wäre natürlich auch möglich. Ich gehe jetzt hier auf Automatisch, weil ich habe das kontrolliert. Das passt. Ja, das ist dann hier, wenn man hier, dass man hier, dass man quasi Linien zusammenfasst, ja, wenn die leicht versetzt sind. Das kommt manchmal vor, wenn man jetzt so wirklich Zeichnungen hat, die meinetwegen maschinell erzeugt wurden, dass dann doppelte Linien teilweise auftreten, ja, die dicht beieinander liegen. Okay, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist nochmal die Positionierung. Die ist, deswegen hatte ich vorhin so auf dem Ursprung rum argumentiert, ich habe jetzt hier gesagt, oder ausgewählt, oder zeigt er mir jetzt hier nichts an, somit dann hängt er wieder, jetzt hat er es, dass er sagen kann, Ursprung zu internen Ursprung. Ja, deswegen habe ich den vorhin anzeigen lassen, interner Ursprung. Das heißt, er nimmt jetzt den Ursprung vom AutoCAD, das war hier dieser, und legt ihn auf meinen internen Ursprung drauf. Sie können natürlich auch noch andere Einstellungen wählen, das wäre jetzt Mitte zu Mitte. Das könnten Sie machen, wenn Sie hier das Problem haben, dass hier Ihr Ursprung, also Ihr WKS sonst wo ist, ja, und sich aber hier nur um diese Zeichnung handelt, dann können, dann nimmt er, dann rechnet der hier eine Mitte aus, von der gesamten Zeichnung. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, ob das dann nur die Layer betrifft, die Sie reinholen, oder sämtliche Layer. Da müssen Sie nochmal aufpassen, das ist eine etwaige Fehlerquelle. Ich mache das ehrlich gesagt relativ selten, ich mache es lieber über Ursprung, ja, aber dann wird er theoretisch über die Mieter, in die Mitte gehen, und nicht mal über das WKS, ja, das ist dann praktisch, wenn das WKS sonst wo liegt, und Sie damit nicht arbeiten wollen. Das wäre dann Mitte zu Mitte, und was haben wir hier noch an Optionen? Ja, dann noch nach gemeinsamen Koordinaten, ja, das wäre dann interessant, ja, wenn Sie natürlich öfter so AutoCAD-Dateien reinholen müssen, dann kann man auch gemeinsame Koordinaten definieren, ja, aber das führt jetzt hier zu weit, ja, also für uns ist eigentlich nur das hier interessant, ja, interner Ursprung, machen wir das mal. Diese Option ist ausgegraut, warum? Weil Sie hier gesagt haben, nur in aktueller Ansicht, das heißt, er fügt jetzt diese AutoCAD, oder er, oder er, ja, eigentlich, ich sage immer einfügen, aber wie gesagt, ich tue es nur referenzieren, also er platziert jetzt diese AutoCAD-Datei, hier auf der aktuellen Arbeitsebene, ja, normalerweise, wenn Sie das hier deaktivieren würden, da wäre das jetzt in der gesamten, im gesamten Modell verfügbar, sprich auch in nahe, in allen Ansichten, dann müssen Sie jetzt hier nochmal sagen, wo Sie, auf welcher Ebene Sie das zuordnen wollen, ja, auf welcher, das bitte berücksichtigen, das lassen wir jetzt hier weg, das tun wir jetzt einfach ausgrauen, und jetzt haben wir, glaube ich, alles eingestellt und gehen jetzt hier auf öffnen, und jetzt sehen wir erst mal nichts, ja, weil jetzt hier unsere AutoCAD-Datei, hier quasi hinter dem Modell liegt, ja, das ist ein bisschen unschön, aber das können wir schnell korrigieren, bitte sich dann davon nicht irritieren lassen, wir blenden einfach mal das Modell aus, gehen also hier in die Eigenschaften der Ansicht und sagen Modell anzeigen hier, und sagen einfach hier nicht anzeigen, jetzt sehen wir hier, die AutoCAD-Datei immer noch nicht, und das könnte jetzt daran liegen, dass wir das noch ausgeblendet haben, ja, da gehen wir nochmal auf VG, und sagen, gehen auf importierte Kategorien und sehen hier, hier können Sie im Prinzip auch die importierten, beziehungsweise referenzierten Sachen ausblenden, ja, Sie sehen, da sind ja einige Sachen hier schon reingeholt worden, wer die vorherigen Tutorials gesehen hat, der hat gezeigt, wie ich quasi auch mit anderen AutoCAD-Dateien schon gearbeitet habe, insofern ist das jetzt hier eine Wiederholung, ja, für die Interessante, die das noch nie gemacht haben, die jetzt hier einsteigen mit diesem Tutorial, und hier ist die AutoCAD-Datei, die wir jetzt hier referenziert haben, Sie sehen, die sind komplett ausgeblendet, jetzt gehe ich nochmal drauf, jetzt werden sie hier eingeblendet, und jetzt sage ich hier diese AutoCAD-Datei bitte anzeigen, weil wir einmal schon mal hier drin sind, gucken wir da hier nochmal rein, was kann man hier noch alles einstellen, wir können hier die Layer nochmal an- und ausschalten, und wir können hier auch die Linien überschreiben, das heißt, Sie können hier nochmal pro Layer die Linienstärken festlegen, ja, das ist auch nochmal wichtig, das zu erwähnen, Sie können hier auch eventuell noch, sofern das Ganze auf Halbton setzen, ja, dass es dann so ein bisschen gedimmt dargestellt wird, ja, auch das ist möglich, das ist wichtig, und wir haben hier nur die Layer reingeholt, die sichtbar wären, das ist ein bisschen unschön, hier habe ich noch ein Layer 1, habe ich vergessen vorher zu löschen, das ist natürlich nicht, also nicht so praktisch, wenn man sowas hat, aber es müsste normalerweise, müssten hier noch mehr Layer drin sein, schauen wir da nochmal rein, hier zum Beispiel den Layer Layout, der dürfte jetzt nicht mit dabei sein, schauen wir da mal kurz nach, also ich gehe zurück ins Revit, und das war hier, und Sie sehen, die Layer Layout, den gibt es ja nicht, warum der war ausgeschaltet, ja, so, das haben wir jetzt angeschaltet, gehen auf OK, und jetzt erscheint uns hier unten, das Ding eingefügt, genau an diesem Punkt, ja, jetzt können wir das noch entsprechend positionieren, fassen das an, und schieben das dann hier rüber, geht nicht, ja, warum, das Ding ist automatisch gepinnt, also fixiert, wir müssen also hier diese Pinnadel lösen, klicken einfach hier drauf, jetzt ist diese Pinnadel hier gelöst, sieht man das hier mit so einem roten Kreuz dargestellt, und jetzt kann ich das hier anfassen, und hier rüber schieben, und hier in den Rahmen von meiner, von meinem Detailausschnitt, wichtig ist, wie gesagt, wenn Sie das überhaupt nirgendwo sehen, dann kann es sein, dass Ihre Autokette-Datei nicht im internen Ursprung liegt, eben wegen den WKS, sondern sonst wo außerhalb Ihres Modells unter Umständen, achten Sie darauf, es gibt in Revit eine 20-Meilen-Zone, ja, das heißt, das sind, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 30 Kilometer oder so, alles, was außerhalb dieser 30-Kilometer-Zone liegt, oder 20 Meilen, wird überhaupt nicht angezeigt, ja, das heißt, das bedeutet, wenn Sie mit Lagerplänen arbeiten, ja, da kann es durchaus passieren, dass die Vermesser mit irgendwelchen lokalen Koordinatensystemen arbeiten, wo der Ursprung dann ungefähr 50, 60, 100 Kilometer entfernt ist von der Zeichnung, ja, die Sie da erzeugt, die Sie jetzt verwenden, und dann kann es passieren, dass Ihnen das in Revit überhaupt nicht angezeigt wird, ja, das bitte beachten, ja, wenn Sie einfügen, wie tun Sie das in Ihrem Modell dann ausrichten, Mitte zu Mitte oder interner Ursprung und so weiter, das, was ich vorhin erwähnt habe, ja, jetzt haben wir das jetzt hier verschoben, jetzt können wir das Modell wieder einblenden, und dazu gehe ich wieder auf Modell anzeigen, und das passiert, das Ganze liegt jetzt hinter unserem Modell, ja, da müssen wir das noch ein bisschen korrigieren, klicken einfach nochmal hier drauf, und dann gibt es jetzt nochmal zwei Einstellungsmöglichkeiten, das eine ist das hier oben, und das andere wäre das hier, Layer zeichnen, also jetzt ist die AutoCAD-Datei nochmal ausgewählt, dann sehen wir hier AutoCAD-DWG, und dann sehen wir hier Hintergrund, und hier können wir nochmal sagen, das soll in Vordergrund, also nicht Hintergrund sein, sondern Vordergrund, und jetzt liegt es quasi oben, ja, hier sehen Sie auch nochmal die Möglichkeit bei der DWG, ja, Sie können hier auch nochmal Layer löschen oder so, ja, das geht schon, aber Sie können die Zeichnung an sich nicht bearbeiten, ja, Sie finden im Übrigen auch nochmal die Zeichnung, wenn Sie hier auf Einfügen gehen, dann hier auf, hier verknüpfte Verknüpfungen verwalten, und dann gehen wir hier auf CAD-Format, hier sehen wir sämtliche Verknüpfungen, hier ist mein Rollladen, und hier könnte ich das Ganze auch nochmal wieder entfernen, lösen oder neu laden, Sie sehen, das sind relative Pfade, ja, hier habe ich ein bisschen geschlampt, jetzt hier für dieses Tutorial, darf ich das Ganze sonst wo liegen, ja, also wenn ich dieses verwenden wollte, dann hätte ich jetzt hier Probleme, ja, weil es wahrscheinlich nicht mehr findet, aber Sie sehen hier, dass ich das im relativen Pfad eingefügt, weil ich diese AutoCAD-Datei in einem vernünftigen Projektordner habe, ja, und das würde auch funktionieren, dann, wenn ich diesen ganzen Projektordner irgendwo anders hinschiebe, ja, das ist hier gefährlich, wenn Sie mit absoluten Pferden arbeiten, das sollten Sie vermeiden, Sie sollten möglichst alles in einem Projektordner haben, und hier können Sie eventuell nochmal neu importieren, lösen, erneut laden, wenn Sie irgendwas geändert haben, ja, wenn Sie jetzt hier irgendwie was hinzugefügt haben oder gelöscht haben in der AutoCAD-Datei, ja, das können Sie live machen, ja, Sie können das offen lassen, und jetzt können Sie irgendwas reinzeichnen, ich mache das hier mal zum Spaß, hier irgendwie, was weiß ich, hier den Kreis reinzeichnen, mache es mal ein bisschen groß, damit man ihn besser sieht, dann gehe ich hier auf Speichern, wechsle jetzt zurück ins Revit, und hier habe ich hier meinen Rollladen, sage jetzt hier, erneut, nicht, hier erneut laden, nicht laden aus, sondern erneut laden, dann wird das Ganze nochmal reingeladen, also aktualisiert, wenn man so will, und dann gehe ich hier auf OK, und jetzt soll hier auch der Kreis, ah, warum ist nicht zu sehen? Weil der Kreis ist jetzt auf dem Layer, den ich nicht reingeholt habe, jetzt muss ich nochmal gucken, was das für ein Layer war, das war der Layer 0, ja, und den Layer 0 habe ich wahrscheinlich nicht mit reingeholt, schauen wir dann nochmal schnell nach, also gehen wir einfach hier drauf, beziehungsweise gehen wir nochmal hier in die, wo haben wir es, Ansichten, Ansicht, dann hier Sichtbarkeit, Grafiken, dann importierte Kategorien, hier Rollladen, und Layer 0 ist doch sichtbar, sollte eigentlich sichtbar sein, wieder schöner Vorführeffekt, Layer 0, was ist jetzt komisch, also nochmal ein Check, habe ich irgendwas übersehen, das ist Layer 0, na, Layer 0 ist es, das Ganze ist Layer 0, OK, nochmal speichern, das sollte auch die richtige, hoffe ich auch die richtige Datei, nochmal kurz sagen, speichern unter, wenn dann habe ich die jetzt, noch eine andere Datei offen, Zeichnung, ja, OK, ich habe das hier im falschen Ordner, das ist auf A, ja, deswegen haut das jetzt nicht hin, ja, die falsche Datei offen, ich habe es vorhin nochmal auf dem Desktop kopiert, deswegen sehe ich das jetzt nicht, ja, jetzt muss ich das nochmal hier schließen, sagen, speichern, nein, und öffne jetzt das Ganze mal vom Desktop aus, so, damit ich das vorführen kann, also, wo haben wir das Projekt hier, DWG, jetzt tue ich wirklich die öffnen, die ich auch referenziert habe, und, doppelklick mit der Maustaste, und mache jetzt hier mal einen Kreis rein, leere 0 ist OK, weil die haben wir reingeholt, den können wir nehmen, zeichne ich irgendeinen Kreis rein, gehe auf, speichern, ist gespeichert, wechsel ins Revit, und gehe wieder auf VG, ne, das ist nicht VG, das ist einfügen, und dann hier Verknüpfung verwalten, dann gehen wir auf CAD-Formate, hier unten auf Rollladen, und dann sagt man hier erneut laden, jetzt haben wir es aktualisiert, und wir sehen jetzt hier den Kreis, ja, Sie sehen, es hat funktioniert, ich werde nochmal löschen, und das Ganze nochmal rückgängig, entfällt, gehen wir auf speichern, ja, Sie sehen, Sie können also an der Autokette-Datei weiterarbeiten, ja, Sie können, um das Modell anzupassen, ja, können Sie meinetwegen jetzt hier im Revit irgendwas rausmessen, ja, und so habe ich es auch gemacht, und das Ganze anpassen, ja, Sie können theoretisch auch, aber das wird jetzt für das Tutorial zu weit führen, ich für euch, das Tutorial wird eh schon viel zu lang, sich hier diese Modellansicht aus DWG raus exportieren, die Modellansicht im Autokette als externe Referenz drunter legen, und dann quasi Ihre Autokette-Zeichnung anpassen, das geht natürlich auch, das ist dann interessant, wenn diese Änderungen, die Sie an dem Detail vornehmen müssen, sehr umfangreich sind, ja, dann macht es vielleicht Sinn, sich einfach hier diese Modellansicht, als Autokette-Datei zu exportieren, drunter legen, im Autokette einfach dann, Sie können im Autokette auch hier auf externe Referenzen gehen, hier auf Einfügen, irgendwo hier Autokette-Datei, ich glaube, das war das hier, ja, zuordnen, war das, glaube ich, äh, nee, das PDF, äh, irgendwo können Sie hier auch, oh, nee, es geht wahrscheinlich auch über DWG, oder? Genau, ja, dann können Sie hier auch, nee, das, doch hier CWG, ja, und dann können Sie quasi hier dann eine DWG-Datei, hier taucht das quasi Ihre DWG-Datei auf, die Sie quasi aus, aus, aus Revit erzeugt haben, und dann legen Sie die hier drunter, ja, ach, es auch hier auf die Maßstabe, und dann können Sie hier das anpassen, abspeichern, und, äh, dann wieder zurückholen, und die DWG-Datei taucht, äh, nicht im Revit auf, wenn Sie die auf den Layer legen, diese DWG-Datei, die Sie jetzt hier referenzieren, als externe Referenz, die Sie sowieso in Revit nicht importiert haben, ja, oder hier App referenziert haben, und wo können Sie das exportieren, ins DWG-Format, das finden Sie unter Datei, exportieren, und hier haben Sie CAD-Formate, ja, damit können Sie jetzt hier eine DWG, die DWG sind meistens nicht besonders toll, ja, weil Sie werden natürlich, ähm, automatisch erstellt, haben einen Haufen doppelte Linien, und so weiter, weil Sie sind, kommen natürlich aus dem 3D, aber zum drunterlegen, zum Anpassen, ist das schon okay, ja, so, jetzt haben wir das hier, ach so, den Kreis noch, nochmal neu aktualisieren, also hier Verknüpfung verwalten, und wieder CAD-Formate, Rollladen, und hier erneut laden, und fertig, so, jetzt das Ganze noch ausrichten, wir gehen also hier auf Ändern, dann auf Ausrichten, und wählen hier unten diese Kante an, und dann die Kante, hier oben, diese, jetzt haben wir das hier unten ausgerichtet, jetzt nochmal, also in die, in die Y-Richtung, wenn wir so wollen, jetzt tun wir das hier noch ausrichten, jetzt kann ich diese Kante hier nicht anwählen, weil er tut beim Befehl Ausrechten, immer nur die starken Referenzen wählen, wenn ich eine andere Referenz haben will, einfach hier mit der Maus drüber gehen, Tabulator-Taste, jetzt kann ich auch noch andere Referenzen, wir hier anwählen, und jetzt nehme ich hier diese Kante, ja, diese Innenkante vom tragenden Kern, und wähle hier dann diese, und habe das dann hier entsprechend platziert, so, wenn die Platzierung abgeschlossen ist, dann können wir hier das Detail anfassen, nochmal anklicken, mit der Tabulator-Taste kann ich es nochmal auswählen, jetzt habe ich es ausgewählt, und wir sollten es wieder fixieren, ja, das, hier haben wir den Griff dazu, wenn er nicht zu sehen ist, können wir das auch hier fixieren, jetzt ist es wieder fixiert, und wir haben es quasi Veränderungen gesperrt, jetzt kann ich hier noch, das meine Modellansicht entsprechend anpassen, damit das auch zu meinem Modell passt, bevor ich es allerdings mache, werde ich jetzt hier wieder den, 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 den Schnittbereich aktivieren, gehe also hier wieder auf Zuschneidebereich, und das ist wieder zugeschnitten, jetzt möchte ich hier noch das Fenster ausblenden, ja, ich möchte jetzt hier nicht mehr mit diesen Fenster arbeiten, sondern nur noch mit diesen, gehe also hier auf den Shortcut VG, und dann auf Modellkategorie und blende hier Fenster aus, also hier Fenster, da ich nur ein Fenster habe, kann ich komplett alle ausblenden, alternativ hätte ich auch nur das eine Fenster ausblenden können, das zeige ich dann später beim Dach, jetzt werde ich hier noch den, den Schnitt hier anpassen, so dass jetzt hier das so ausschneidet, dass das auch passt, jetzt haben wir noch ein Problem, dass hier hinten das Modell durchschimmert, ja, das möchte ich aber nicht, ja, das Modell soll hier komplett ausgeblendet werden, dazu müssen wir das Ganze maskieren, wie machen wir das, dazu gehen wir hier in Beschriften, und finden hier die Bereiche, und dann gibt es gefüllter Bereich und die Maskierung, ja, mit Maskierung können Sie einfach Modellbereiche, leider geht die Animation jetzt hier nicht bei mir so richtig, ja, so ein bisschen leicht kann man es leicht erkennen, jetzt sieht man es auch besser, damit kann ich halt Modellbereiche einfach ausblenden, wegblenden, ja, das machen wir hier einfach mal, ich möchte hier den Hintergrund weghaben, gehe also hier auf Maskierung, und jetzt ist wichtig, hier auch noch die Linien zu wählen, ja, also die Rahmenlinien dieser Maskierung, wenn diese Rahmenlinien nicht zu sehen sein sollen, dann empfehle ich hier einfach unsichtbare Linien zu wählen, also sobald wir mit Detailelementen arbeiten, da erzeugen wir ja irgendwelche Linien, und da ist jetzt auf einmal auch wieder wichtig, auch die Linientypen zu wählen, ja, welche Linienart, welche Linienstärke, etc., bisher haben wir ja nur am Modell gearbeitet, da haben wir keine Linien erzeugt, sondern wirklich Modellteile, und die Linien mal einfach automatisch eingestellt, wie die dann später dargestellt werden, hier ist es jetzt so, dass wir das manuell zuordnen müssen, weil wir arbeiten jetzt theoretisch wirklich im echten 2D, deswegen ist jetzt hier die Linienstärke, oder auch die Linientyp wichtig, ja, und ich nehme jetzt hier unsichtbare Linien, und jetzt kann ich hier so ein Rechteck ziehen, und hier einfach das hier so drüber ziehen, fange jetzt hier an, und mache das meinetwegen bis hierher, mache es noch bis hierher, das Rest bleibt schon noch ausrichten, gehe jetzt wieder auf ausrichten, und will das dann bis hier unten haben, bis zu dieser Kante, gehe also hier wieder auf ausrichten, und nehme diese Kante, und dann hier die Kante von meiner Grenze, wer will kann das noch fixieren, und jetzt gehen wir erstmal auf ok, und schauen uns das mal an, wie das aussieht, jetzt haben wir hier das ausgeblendet, wie Sie sehen, das Modell, hier unten haben wir noch so einen Bereich, den müssen wir noch hinzufügen, da passt das noch nicht, ist ja bisher nur ein Rechteck gewesen, also gehen wir nochmal hier drauf, sagen Begrenzung bearbeiten, und fügen jetzt hier unten noch ein Teil dazu, dazu gehe ich hier auf, machen wir vielleicht, ja, muss ich bloß gucken, wo ist das jetzt hier gewesen, das ist hier dieser Bereich, genau, also gehe ich jetzt hier auf Linie, eine Linie picken, nehme hier eine Linie, diese, und ich glaube, wir müssen diese hier nehmen, also diese hier, pickt er die, naja, das ist jetzt, so, will er nicht, jetzt hat er die, genau, jetzt haben wir die, jetzt muss man das Ganze noch zuschneiden, gehen hier auf zuschneiden, und klicken hier auf diese Ecke, und dann auf diese, jetzt haben wir das hier verbunden, und jetzt, wenn wir noch gucken, wo war die Grenze hier unten, also, diese, und diese, wenn wir das alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt hier die Grenze, hier eine Linie, und die geht nach hier oben, und gehen auf OK, und haben das jetzt hier unten auch noch mit ausgeblendet, so, ja, also haben wir das hier noch maskiert, ja, und haben wir unsichtbare Kanten gewählt, weil die Kante kommt ja hier von unserem AutoCAD Element, jetzt können wir, sind wir eigentlich hier unten soweit fertig, das Fenster haben wir ausgeblendet, hier haben wir jetzt die DWG Datei einfach drüber gelegt, ja, die soll jetzt hier unser Fenster, unser Rollladenkasten und so weiter darstellen, und jetzt möchten wir hier oben weiterarbeiten, hier mit dem Fenstersturz, da gibt es zwei Varianten, die eine Variante möchte ich kurz zeigen, und hier möchte ich einfach hier diese Decke einfach hier nach unten erweitern, das könnte man natürlich auch im 3D machen, würde ich wahrscheinlich auch empfehlen, doch wenn man nicht weiß, wie das geht, und wenn man es halt nur ein paar Ansichten braucht, kann man einfach nur die Ansicht manipulieren, hier ist jetzt so, dass ich hier wirklich die Ansicht, ich werde es nicht hinzufügen, ich werde einfach nur die Ansicht manipulieren, und dieser Befehl heißt hier Schnittprofil, ja, Sie können das Schnittprofil nämlich bearbeiten, ich zeige es jetzt zunächst einmal exemplarisch, ich gehe auf Schnittprofil, und kann jetzt hier bestimmte Bauteilschnitte, oder Schnittprofile anklicken, aufpassen, das geht nicht mit allen, das geht nur mit bestimmten Elementen, wie zum Beispiel Decke, und mit bestimmten Wandschichten, ja, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, sehen Sie, mit welcher man das theoretisch machen könnte, Sie sehen, mit allen geht es nicht, ja, das ist immer ein bisschen abhängig, wie das Schnittprofil erzeugt wird, über die Decke geht es, also gehe ich jetzt hier auf die Decke, und jetzt mache ich es mal ein bisschen, wie gesagt, nur exemplarisch, und so zeigen, wie das funktioniert, jetzt gehe ich einfach hier auf eine Linie, und zeichne jetzt hier mal so eine Linie ein, und möchte meinetwegen hier nur, das bis hier her zeigen lassen, ganz wichtig ist jetzt hier dieser Pfeil, ja, je nach Ausrichtung des Pfeils, können Sie jetzt entscheiden, was wollen Sie jetzt davon sehen, diesen Bereich oder diesen Bereich, ich lasse mal nur diesen Bereich jetzt hier drin, also der Pfeil zeigt nach hier, gehe auf OK, und jetzt zeigt er mir hier von dieser Decke, von diesem Schnittprofil dieser Decke, nur noch diesen Bereich an, und jetzt sehen Sie, die anderen Sachen hier so durchschimmern, hat er einfach weggeblendet, ja, jetzt kann ich nochmal hier drauf gehen, Doppelklick, drehe das Ganze nochmal um, ja, gehe auf OK, und jetzt zeigt er hier diesen Bereich an, er blendet quasi das hier weg, und dann sieht man quasi dann, was drunter liegt, was dahinter kommt, ja, wenn Sie so wollen, ja, wir machen das ein bisschen anders, gehe jetzt nochmal Doppelklick hier drauf, und möchten jetzt hier nicht so eine Linie haben, sondern wollen das Ganze nach unten erweitern, ja, Sie können das aber auch nicht nur wegblenden, Sie können aber auch erweitern, das machen wir jetzt mal, gehe also jetzt hier auf Linie, und zeichne jetzt hier eine Linie drunter, hier ungefähr bis hier her, dann noch eine Linie, gehen wir mal auf Kette, dass wir das im Einzug machen können, wie hier, mal ein bisschen ran zu, und wirklich den Punkt hier erwischen, dass es gerade wird, und dann bis hier rüber, ja, aufpassen, hier oben nicht schließen, ja, das soll jetzt quasi nach hier unten erweitert werden, wichtig ist wieder die Richtung des Files, ja, wir wollen den Bereich, wollen wir hier haben, der soll weg, ja, da ist eh nichts, und dann gehen wir hier auf OK, und jetzt habe ich hier das nach unten erweitert, aber aufpassen, die Wand geht jetzt noch, die sehen wir jetzt hier noch, jetzt überschneiden, überlagern sich die beiden, jetzt muss ich noch die Wand entsprechend ausschneiden, gehe also wieder auf Schnittprofil, also Ansicht, Schnittprofil, klicke hier auf die Wand, und schneide jetzt hier einfach das weg, das mache ich hier mal schnell mit dem Rechteck, ich muss kurz überlegen, ja, das muss man glaube ich mit komplett machen, ja, das geht glaube ich nicht, das muss man einfach nur so mit dem Rechteck machen, sondern, wir machen das hier einfach komplett, dass wir sagen hier, die Wand soll hier abgeschnitten werden, gehen wir auf OK, und jetzt haben wir hier die Wand beschnitten, warum habe ich gesagt, ich muss das komplett machen, das muss ich hier vielleicht noch dazu sagen, weil, wenn Sie jetzt versuchen, die Wand hier auszuschneiden, haben wir ja noch hier oben die Schichten, ja, und das wird, das wird, es wird schwierig, ich kann es kurz demonstrieren, deswegen habe ich einfach komplett weggeblendet, ich werde nochmal zeigen, was jetzt passieren würde, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, nur diesen Bereich hier, wir können es versuchen, vielleicht geht es sogar, aber ich glaube es eher nicht, also tu es nochmal hier löschen, und gehe jetzt hier auf diesen Bereich, den ich ausblenden will, dann müsste ich das da ja oben noch, was ist, müsste ich glaube ich so machen, so, also ich glaube nicht, dass das geht, weil das ist ja quasi, ich tue ja quasi eine Insel hier rausschneiden, aber versuchen wir es mal, vielleicht geht das sogar, das möchte ich behalten, den misst weg, ja, meckert er rum, ja, also das geht glaube ich nicht, ja, dass ich einfach so eine Insel rausschneide, ich habe hier noch eine Schicht, ja, hier die auch, das muss schon eine angrenzende Schicht sein, ja, ich kann hier einfach eine Insel rausschneiden, das geht meines Wissens nie, ja, also gehen wir wieder auf, Skizze abbrechen, sag mal ja, und lassen das so, ja, das ist aber auch so, okay, jetzt können wir hier, da kann ich noch eine andere Sache mit zeigen, ich kann nämlich jetzt hier noch, hier noch den Randdämmstreifen, den muss ich sowieso noch vergrößern, den machen wir jetzt auch noch mit dazu, und dazu gehen wir folgendermaßen vor, wir gehen hier auf, ähm, wieder beschriften, und gehen jetzt hier oder auf Bereich, und wählen in dem Fall gefüllter Bereich, ja, damit kann ich jetzt irgendwelche Füllflächen hier erzeugen, gehen wir also hier auf gefüllter Bereich, warten bis die Animation richtig erscheint, ja, genau, jetzt kommt sie hier, und so kann man hier einfach irgendwelche Flächen entsprechend füllen, ja, gehen wir also gefüllter Bereich, wählen hier das Material aus, was wir hier darstellen wollen, muss kurz überlegen, was habe ich hier genommen, das wäre hier Wärmedämmung, ist das glaube ich, ähm, und überlegen jetzt nochmal die Linien, die wir hier haben wollen, in dem Fall nicht mehr unsichtbar, sondern Bauteillinie, gehen hier auf Rechteck, und zeichnen hier einfach jetzt hier den Randstreifen ein, gehen auf OK, wer will, kann das denn noch fixieren, ja, dann geht das entsprechend mit, also, wenn Sie wissen, dass sich Ihr Modell noch viel ändert, dann wäre es sinnvoll, das zu fixieren, dann gehen die Sachen auch mit, ja, wenn Sie meinetwegen dann hier die Decke noch größer oder kleiner machen und so weiter, oder die Wandschicht nochmal irgendwie von der Größe her ändern, dann wäre das sinnvoll, ich habe mal darauf verzichten, auf die Fixierung, gehe auf OK und habe jetzt hier nochmal so eine Dämmung mit eingebaut, ja, ja, und so habe ich jetzt diese Ansicht entsprechend aufbereitet. Das wäre eine Variante jetzt hier diesen Deckensturz hier zu machen, also diesen Fenstersturz, ja, zu konstruieren. Ich zeige nochmal eine andere Variante, weil die passt auch ganz gut, wenn ich diese Variante verwende, dann kann ich noch ein paar andere Sachen zeigen. Wichtig ist also hier, darum ging es mir nochmal, Sie können auch die Schnittansichten, also hier die Schnittprofile, auch nochmal verändern, von bestimmten Bauteilen. Geht nicht mit allen, geht auch nicht beliebig, Sie haben gesehen, ich kann halt keine Inseln rausschneiden oder so, aber ich kann halt Sachen wegschneiden, ja, an den Grenzen dieses Profils oder Sachen hinzufügen. In unserem Fall hätte man hier sowas machen können. Ich nehme das mal wieder zurück, möchte noch eine andere Variante zeigen. Dazu kann ich einfach die Schnittprofile wieder löschen, also diese Schnitt, die Manipulation, dazu gehe ich einfach jetzt hier drüber, habe hier eine Auswahl, gehe jetzt hier auf Filter und sehe, ich habe jetzt hier zwei Schnittprofile drin, ja, das passt, und die tue ich einfach entfernen, mit Entfällt und jetzt sind die wieder weg, die Manipulation, diese Linien, wenn man so will. Das lasse ich mal oder brauche ich das? Mal kurz gucken. Ne, das kann auch weg, ja, das können wir auch löschen. So, und jetzt möchte ich hier einfach einen Sturz reinzeichnen, also einen richtigen Sturz, nicht übers Mauerwerk und nicht über die Decke, ja, und das kann ich auch wieder machen mit dem Schnittprofile, also mit dem Beschriften und hier mit dieser, mit diesem gefüllten Bereich, geht es hier auf, auf Linie, dann gehe ich auf Abstand, mache einen Versatz, sagen wir mal von, machen wir mal zweieinhalb Zentimeter oder machen wir drei, drei Zentimeter, nicht 23, drei und also Linie, Versatz, drei Zentimeter, Bauteil, Linie, ja, wir wollen die Linie sehen, also Bauteil, Linie und dann können wir hier unten, hier die Linie wählen, aufpassen, die falsche Seite, also jetzt dann nochmal nach oben, ich fange es mal hier an, die macht er mir nicht, die Kanten hier, ja, ist nicht so schlimm, wenn das nicht geht, ich kann die Linie leider nicht auswählen, weil das sind schwache Referenzen, über die Tabulatotaste geht es auch nicht, ja gut, dann müssen wir es anders machen, dann machen wir es einfach über Rechteck und tun es dann noch justieren, zeichne jetzt hier ein Rechteck ein und, muss ich kurz schauen, aha, okay, hier jetzt einen Abstand von 2,5, hier diese Linie anklicken, dann müssen wir hier die Bemaßung umlegen, hier auf diese Kante und hier auch einen Abstand von, 2,5 eingeben, hier unten die Linie anklicken, Bemaßung hier anfassen, nach hier unten legen und hier wieder 2,5 eingeben und hier oben, das tun wir einfach ausrichten, hier an dieser Kante, Tabulatotaste umschalten, hier diese Kante, wer will, kann es fixieren und fertig. Jetzt haben wir hier das, die gefüllten Bereich, was ich vergessen habe, ist natürlich noch hier das Material auszuwählen und ich möchte hier Beton haben. Kleiner Hinweis, wenn Ihnen das Material nicht gefällt, gehen Sie einfach hier auf Typ bearbeiten, duplizieren das und können jetzt hier weitere Sachen anlegen. Sie haben hier Vordergrund, Füllmuster, da können Sie hier dann was auswählen, das kennen Sie eh schon, hier noch die Farbe dazu und Hintergrund, Füllmuster. Können Sie alles hier machen, Linienstern können Sie auch noch auswählen. Maskierung ist auch wichtig, dass der Hintergrund weggeblendet wird, wenn Sie das nicht wollen, können Sie auch die Maskierung, also das Modell, dass man das Modell dadurch automatisch maskiert, wenn Sie das nicht wollen, können Sie das auch deaktivieren. Und da können Sie sich einfach beliebige Typen anlegen, um halt dann solche gefüllten Bereiche zu zeichnen. Gehen auf OK und haben jetzt hier quasi so einen Sturz eingezeichnet. Wer will, jetzt können wir noch eine Bewährung hier einzeichnen, aber natürlich auch wieder nur ein 2D. Wichtig ist, Sie können natürlich auch im Revit, ich will mal kurz nur andeuten, das sei wichtig hier zu erwähnen, wenn wir hier irgendeinen Betonkörper auswählen, zum Beispiel hier diese Decke und dann können Sie natürlich auch ein 3D bewähren. Aber dazu gibt es ein extra Tutorial. Das geht natürlich auch. Aber wenn wir das nur darstellen wollen, exemplarisch im Detail, können wir das auch noch als 2D machen. Das machen wir jetzt hier einfach mal schnell. Dazu gehe ich hier wieder auf Beschriften, dann auf Detaillinie. Was haben wir hier? Bauteillinie ist OK. Jetzt gehe ich hier auf, um den Abstand noch einzugeben, gehe ich hier auf Linie klicken, gebe Bewerbungscover ein, also Bewerbungsüberdeckung von 2,5 und mache hier diese, machen wir hier so eine Hilfskonstruktion, diese hier und diese, die ist nicht richtig mitgekommen. So. Na, ist nicht so schlimm, es genügt auf einer Seite. Nehmen wir das hier raus und die auch noch mal raus. Auf einer Seite genügt das. Also wir haben jetzt hier eine Cover von 2,5. Dann gehe ich wieder auf Detaillinie, gehe dann hier auf, ne, nicht auf Detaillinie, sondern auf gefüllter Bereich. Bereich, gefüllter Bereich und dann gehen wir hier auf Typ und wählen hier Solid Schwarz und zeichnen hier so einen Kreis ein. Sehen wir hier nichts. Mal gucken, ach ne, Kreis, nicht eine Linie, sondern Kreis. Solid Schwarz ist immer noch und nehmen wir dann Abstand, nehmen wir hier Einer Eisen, je nachdem, was wir da haben wollen und können das noch justieren. Hier versuchen wir es mal auszurichten, wer das ganz genau haben will. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht, das geht jetzt leider nicht. Mein Rechner hängt leider immer ein bisschen, jetzt hängt er wieder. So, also oft, manchmal kann er hier die Punkte treffen, aber ich versuche es nochmal. Also hier diese Linie und dann, na, will er nicht. Okay, ist auch nicht so schlimm, machen wir einfach nach Augenmaß, ist ja auch okay. Das misst sowieso keiner nach und können es auch so ausrichten. So. Gehen auf okay und hätten jetzt hier unsere Bewährung platziert, jetzt kann ich das ja noch spiegeln. Dazu klicke ich hier den gefüllten Bereich an, dass man eine Bewährung darstellen soll. Gehe hier auf Spiegeln, Achse zeichnen, wähle hier den Mittelpunkt und spiegle das hier auf die andere Seite. Wichtig ist noch Kopie zu aktivieren. Ja, wenn Sie hier auf Spiegeln gehen, vergessen zu sagen, also hier anklicken und dann Spiegeln, Achse zeichnen, sollte hier Kopie aktiviert sein. Erstens wird das einfach rüber gespiegelt und ist dann hier weg. Und wenn wir wollen, können wir noch einen in die Mitte legen. Also tun wir hier nochmal das Auswählen, dann auf Kopieren gehen, hier unten das Anfassen an den Mittelpunkt und dann hier in die Mitte schieben. Wenn das nicht auszuwählen ist, dann Mittelpunkt, einfach Steuerung, rechte Maustaste, Objektfang, Überschreibung und hier Mittelpunkt auswählen. Und hier, oh, muss man aufpassen, das ist noch ein bisschen unschön. Dazu gehen wir hier auf Beschränken und wählen den Mittelpunkt hier unten. Also Steuerung, rechte Maustaste, Objektfang, Überschreibung, Mittelpunkt, weil die Linie passt jetzt nicht ganz von der Mitte her. Mittelpunkt ist eh ausgewählt und boah, macht er nicht. Also ist es der Mittelpunkt. Ich mache es nochmal neu. Also nochmal hier, also auf Kopieren, den Punkt auswählen, Beschränken und dann Steuerung, rechte Maustaste, Bekauf, Überschreibung, Mittelpunkt. Macht er nicht. Er rastet zwar hier ein, aber zeigt es mir nicht an. Wer unsicher ist, kann dann nochmal schnell messen, ob das passt. Gehen wir hier auf, gehen wir einfach hier auf Messen und wählen hier den Punkt aus. Objektfang, Überschreibung, Mittelpunkt, von hier, Objektfang, Überschreibung, Mittelpunkt, bis hier sind 6,49 und hier nochmal, Objektfang, Überschreibung, Mittelpunkt, von hier, bis hier rüber, Objektfang, Überschreibung, Mittelpunkt, auch 6,49. Das war trotzdem mittig. Er hat mir nur hier unten angezeigt. Jetzt kann ich das hier noch löschen und fertig. Und so haben wir jetzt auch einen Fenstersturz hier quasi eingezeichnet. Wie gesagt, das ist kein 3D, ist nur 2D, ist nur in dieser Ansicht zu sehen. Wenn Sie mal hier auf dieser Ansicht sehen Sie im Prinzip nichts. Das ist immer noch das hier so geblieben. Das sind dann nur diese 2D-Geschichten. Aber wie gesagt, wenn Sie planorientiert arbeiten, ist das durchaus ausreichend. Jetzt zeige ich noch mal einen Trick, was Sie hier noch machen können. Wenn Sie jetzt hier so etwas gezeichnet haben und Sie brauchen das mehrfach, dann müssen Sie das immer wieder neu zeichnen. Sie können es natürlich kopieren. Sie können sich aber auch daraus eine sogenannte Detailgruppe machen. So eine Gruppe erstellen. Das machen wir hier mal. Ich markiere hier dieses, das ich mir gerade eben gezeichnet habe. und gehe dann hier auf Beschriften, dann hier auf Detailgruppe und sage jetzt hier Gruppe erstellen. Wir müssen vorher auswählen, ganz wichtig. Ich sage Gruppe erstellen, geben dem Kind den Namen. Das nenne ich einfach Fenstersturz. Jetzt hätte ich vorher noch ausmessen sollen, wie groß der ist. Da hätte man noch die Maße eintragen können. Ich glaube, das war 19 mal 9,5. Aber ich weiß es ehrlich nicht genau. Man sollte meist mit dazuschreiben, vor allem wenn Sie mehrere haben. Wenn Sie nur eine haben, dann genügt der Benahme Fenstersturz. Wenn es auch mehrere sind, dann macht es Sinn, das auch entsprechend über die Maße dann noch zu unterscheiden. Sie können natürlich die Gruppe auch noch im Nachhinein bearbeiten. Das ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Block. Wie gesagt, im AutoCAD gibt es eigentlich nur die Blöcke. Während im Revit gibt es da mehrere Sachen. Da gibt es die Gruppen, die Bauteilgruppen, die Detailgruppen, dann gibt es noch die Familien. Das ist alles ein bisschen komplexer im Revit, diese ganze Geschichte. Aber man kann das ein bisschen mit Block vergleichen. Gehen ja auf OK. Jetzt habe ich mir hier so eine Detailgruppe erzeugt. Die kann ich jetzt auch noch bearbeiten. Wenn Sie auf Gruppe bearbeiten gehen, dann sind Sie wie eine Art Blockeditor drin und könnten jetzt hier einfach das Ganze noch verändern. Und Sie finden auch die Detailgruppen. Wenn Sie jetzt hier in den Projektbrowser gehen, hier auf Gruppen und dann sehen Sie hier einmal die Modellgruppen. Das ist hier unsere Detailgruppe. Jetzt könnte ich hier das nehmen, hier mit gedrückt und linken Maustaste hier reinziehen und jetzt hier weiterhin platzieren und halt damit weiterarbeiten. Natürlich auch in einer anderen Ansicht, als in einer anderen Detailansicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch, das hier mal zu zeigen, hier in diese gehen und meinetwegen jetzt hier das reinziehen und jetzt könnte ich jetzt hier das platzieren. Ja, so kann man auch Detail-Elemente in diesen Gruppen halt wiederverwenden, sodass Sie nicht immer alles neu machen müssen. Sie können es natürlich dann auch in anderen Details immer wieder aufrufen. Andere Möglichkeit, das aufzurufen, wäre hier über Beschriften. Dann hier die Detailgruppe und hier die Detailgruppe platzieren und dann zeigt das, können Sie das auch über die Art und Weise platzieren. Dann zeigt Ihnen mal das obere an. Ja, das könnte ich hier die Sache platzieren. Wenn Sie mal auf die Eigenschaften gehen, ja, dann können Sie hier auch auswählen. Ja, momentan ist eh nur einer ausgewählt. Ja, wenn ich jetzt mehrere hätte, dann könnte man jetzt hier auswählen und dann hier die Detailgruppen auch auf diese Art und Weise platzieren. Also wie gesagt, entweder über Beschriften, Detailgruppe platzieren, ja, oder Sie gehen hier in den Projektbrowser hier unten auf Gruppendetail und ziehen es einfach über Drag und Drop hier rein. Ja, das tue ich wieder löschen, das brauchen wir nicht und tun wir uns jetzt hier weiter durcharbeiten. Ja, das Nächste, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wäre jetzt hier noch die Ergänzung, hier, dass wir hier noch eine Lattung vorsehen, ja, um diese Außenverschalung hier festzumachen. Dann wollen wir hier unten eine andere Schraffur wählen hier für die, für die weiche Dämmung, ja, die dann vielleicht etwas, ja, eher der Norm entspricht. Ich meine, man kann natürlich diskutieren, inwieweit das hier sinnvoll ist, ja, diesen Bereich zu dämmen. Das ist ja eigentlich dieser, aber sehen Sie mir das bitte nach. Ich wollte einfach hier möglichst alle Befehle unterbringen, deswegen habe ich jetzt hier eine Dämmung vorgesehen, was in der Praxis wahrscheinlich völlig sinnlos wäre, ja, diesen Bereich hier zu dämmen. Aber sei es drum, wir machen jetzt hier einfach hier noch eine Dämmung rein. Zunächst erstmal hier die Hölzer vorsehen, um halt hier diese Außenverschalung festzumachen. Dazu gehe ich wieder auf Beschriften, dann wähle ich hier Bereich, gefüllter Bereich, wähle jetzt hier in den Eigenschaften den richtigen Typ aus, sofern vorhanden nehme ich ihn, ansonsten muss ich mir noch einen nehmen und dann einfach entsprechend anpassen. Irgendwo müsste hier Holz sein, genau, Holz. Dann gehe ich hier auf Rechteck und zeichne mir jetzt hier ein Rechteck ein. So, und Abstand von, ich mache es mal vielleicht, ja, 8 ist glaube ich okay. Machen wir hier 8 und dann hier ran. Wer will, kann das ja noch fixieren, ja, damit das dann entsprechend mitgeht. Gehe auf OK und habe jetzt hier oben halt hier mein Hölz vorgesehen. Das markiere ich mir jetzt hier oder wähle es aus, gehe auf Kopieren, fasse das hier unten an der Ecke an und schiebe das nach hier unten. Ich denke mal, dass zwei Hölzer reichen. Jetzt möchte ich hier noch eine weiche Dämmung darstellen, ja, mit einem anderen Muster. Dazu muss ich die alte Dämmung, Dämmschraffro abdecken. Dazu gehe ich wieder auf Bereich, dann auf Maskierung und gewähle hier keine Bauteillinien, sondern, oder machen wir, doch machen wir Bauteillinien. Lassen wir mal, das passt, weil die Ränder sind hier deckungsgleich, deswegen macht es Sinn, die Ränder zu belassen. Gehe auf Rechteck und ziehe mir jetzt hier ein Rechteck ein, um hier diesen Bereich abzudecken. Könnte jetzt hier das Ganze noch fixieren, dann geht das dann entsprechend noch mit, wenn ich irgendwas ändern sollte. Gehe auf OK. Jetzt habe ich das hier abgedeckt und ziehe jetzt hier drauf hier die Dämmung außen. Bevor ich es allerdings mache, muss ich noch rauskriegen, wie dick die Dämmung hier ist. Das kann ich machen, indem ich hier die Wand anklicke. Aufpassen, nicht die Maskierung, sondern die Wand. Gehe auf Typ bearbeiten, dann auf Aufbau bearbeiten und finde hier, ich habe eine Luftschicht von 1,5 und eine Dämmschicht von 15 cm. Man könnte es natürlich auch ausmessen mit dem Messwerkzeug. Also muss hier meine, unter Beschriften, hier Dämmung außen, bei Dämmung außen ist eigentlich eine schlechte Formulierung, ist eigentlich jetzt, nehme ich aktuell eher eine weiche Dämmung. Ja, wird damit dargestellt, wenn man will. Also gehe ich hier auf Dämmung und gebe hier die Dicke ein, von 15 cm, hat sich gemerkt, das habe ich das vorhin schon mal ausprobiert, deswegen ist er drin. Den Rest können wir so lassen. Dann müssen wir jetzt noch auswählen, ob es in der Mitte gezeichnet wird oder über die Kante. Ich gehe auf Entfernte Seite, Versatz braucht man keinen, Breite passt. Gehe jetzt hier auf Linie und zeichne hier eine Linie ein. Ist die Seite falsch? Dann habe ich die falsche Ausrichtung gewählt. Okay, du musst, kann man das ja noch ändern? Nahe Seite, genau. Und jetzt haben wir hier unsere Dämmung platziert. Ja, sieht das halt so aus. Jetzt haben wir das. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt hier unten noch die Dämmung machen für, nicht die Dämmung, sondern hier die Sperrschicht, ja, die hier lang geht. Ja, da werde ich mal eine Technik anwenden, die vielleicht jetzt ein bisschen neu ist, weil ich möchte hier so eine Kurve haben. Oder machen wir das vielleicht zum Schluss. Ja, vielleicht machen wir das zum Schluss, gehen wir erstmal hier oben weiter. Das passt vielleicht eher in den Schluss rein. Also jetzt möchte ich hier noch hier diese Ziegel einbauen. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ich gehe hier auf den Detailbauteil. Und hier können Sie quasi jetzt auch sogenannte Detailbauteile platzieren. Ja, Sie können natürlich auch, ich habe jetzt hier eine DWG-Datei reingeholt, es gibt natürlich auch schon vorgefertigte Details. Ja, das sind so eine Detailbauteile, die Sie natürlich auch anwenden können. Ja, Sie können sich ein, was wir hier gemacht haben, hier so ein, sich wiederholen, das Detailbauteil hier in einer Gruppe ablegen. Also das war das hier. Das wäre hier eine Möglichkeit. Also hier eine Gruppe erstellen. Ja, das wäre der nächste, oder der bessere Schritt ist daraus eine Familie zu machen. Ja, weil die Gruppe kann ich eigentlich jetzt nur innerhalb dieses Projektes erstmal verwenden. Ja, ich habe da auch wenig Möglichkeiten, so das Ganze einzustellen. Ja, wenn Sie das allerdings in einer Familie machen, das ist natürlich ein Tick komplizierter. Ja, dazu kommen wir dann im BIM 2, also im zweiten Kurs. Da haben Sie allerdings noch viel mehr Möglichkeiten, das Ganze auch dann zu adaptieren. Eine Familie, um jetzt wieder auf AutoCAD-Sprache zurückzukommen, ist dann eher vergleichbar mit einem dynamischen Block. Ja, während das eher ein statischer Block ist, und eigentlich nur intern erstmal vorliegt, ist eine Familie eher mit einem dynamischen externen Block zu vergleichen in AutoCAD. Ja, um vielleicht hier die AutoCAD-User das vielleicht verständlicher zu machen. Ja, und solche Familien kann man dann hier über Detailbauteil dann abrufen und wenn wir da mal reinschauen, gehe also hier auf Detailbauteil und dann zeigt er mir jetzt hier schon entsprechende Familien an, die hier bereits geladen sind. Ja, ich tue mal irgendwas nehmen. Ich glaube, ich habe sogar einen Sturz drin. Ich hätte, ich hätte es hier reingeladen. Dann, ansonsten kann ich es auch nochmal, na, Betondachstein, Bewährung, verteilt, Biber, Schwanz, Siegel, Bruchlinie, Doppelmuldensiegel. Die Folien, die brauchen wir dann später noch. Ja, okay, dann gehen wir einfach hier auf Laden, Familie, Laden und laden das einfach mal rein. Und dann gibt es unter Deutsch, gehen wir in die deutsche Familie, dann in die deutsche Bibliothek zurück, German. Dann gibt es hier Detailbauteile und dann gehen wir hier auf Detail-Elemente. Ja, und dann können wir zum Beispiel hier auf Mauerwerk gehen. Oder, ja, das habe ich gesucht. Ja, und dann finden Sie auch hier solche Sachen drin. Ja, also Sie müssen das nicht zwangsläufig sich von extern reinholen. Da ein paar Sachen kommen da schon mit. Ja, ich möchte es nur mal kurz zeigen. Also haben Sie hier so einen Rollladenkasten drin. Ja, dann können wir hier auf OK gehen und könnten das dann hier, also haben wir das noch nicht ausgewählt. Das habe ich mir jetzt blöderweise nicht gemerkt. Fahne. Bewährung, Bruchlinie, Doppelmuldenziegel, Fürstziegel. Na, das sind die Dachziegel. Wo ist der jetzt? Ach, das könnte das sein hier. Also egal, ja. Irgendeiner von denen. Und dann könnte man das hier auch so machen. Ja, also mit diesen Geschichten. Also wie gesagt, das wäre auch möglich. Ja, und so. Das ist jetzt über eine Familie oder über so ein Detailbauteil. Ja, das war die Gruppe. Das ist die Quick and Dirty-Variante. Die elegante Variante ist es, über eine Familie zu machen. Und da kann man das auch platzieren. Ich möchte hier die Dachziegel auf die Art und Weise machen. Allerdings, ich werde es nochmal kurz andeuten, gehe also hier wieder auf Detailbauteil und wähle hier mal so ein Dachziegel aus. Betondachstein Standard. Ja, so sieht der aus. Und jetzt ist er noch auf der falschen Seite. Ja, das können wir dann noch spiegeln. Beziehungsweise ist von meiner Seite ja die Familie Nieselkünste. Ich werde es hier mal einfach hier so ablegen hier oben und werde ihn jetzt hier mal zunächst erstmal spiegeln. Wo haben wir das? Hier über Linie wählen. Also hier und dann wähle ich hier die Linie aus. Ich habe bloßerweise noch Kopieren aktiviert gehabt. Den kann ich hier löschen. Und jetzt gehe ich hier auf Ändern, dann auf Ausrichten und richte ihn jetzt hier unten an der Kante aus. und würde jetzt hier mein Dachziegel platzieren. Ja, das kann ich hier noch schieben. Halt. Hier beschränken, aufheben. Und dann kann ich jetzt hier irgendwo hier oben ich mache das mal so grob. Ja, das können wir jetzt hier noch eine Lattung noch mit einzeichnen. Ja, das wäre jetzt hier mein Dachziegel. Bevor wir das allerdings machen, äh, oder anders formuliert, jetzt müsste ich das quasi jeden Ziegel einzeln machen. Ja, das ist natürlich nicht so günstig. Ja, besser ist, wir machen das über die andere Option, die es ja auch noch gibt. Und zwar ist das hier Detailbauteil, wiederholendes Detailbauteil. Ja, machen wir mal das. Löscht das nochmal raus. Zeigen, wie das funktioniert. Gehe also hier, wiederholendes Detailbauteil. Dann können Sie hier, äh, sich wieder Typen anlegen. Ja, in den Typen können Sie hier einstellen, was für ein Detailbauteil wollen Sie wiederholen. Ja, dann zeigt er hier alle geladenen Detailbauteile an, die man theoretisch wiederholen kann. Ja, hier dieser, das ist hier unser Betondachsteinstandort, das ist eh schon festgelegt. Hier können Sie noch den Abstand eingeben. Hier noch die Drehung, ja, 90 Grad im Uhrzeigersinn, ja, 180 Grad, etc. Das kann man hier alles machen. Lassen wir hier 180 Grad und probieren das mal aus, ob das hier passt. wenn ich jetzt hier, ja, das ist gerade ungünstig, also hier nochmal, lassen wir es auf 90 Grad und tun es dann spiegeln, weil leider ist das Ding auf der falschen Seite. Ja, müssen wir quasi hier im 90 Grad im Uhrzeiger sind oder vielleicht im Gegen Uhrzeiger sind, vielleicht ist es dann richtig. Ja, so geht es auch. da können wir es nicht spiegeln. Ne, ist die falsche Seite, ja, sehen Sie das, wird auch nicht funktionieren. Ja, nicht so schlimm, tun wir es einfach spiegeln. Äh, lassen wir es hier so stehen. Und, äh, zeichnen das hier ein. Jetzt haben wir hier unsere Detailbauteile, die sind auf der falschen Seite, aber wir brauchen es einfach nur spiegeln. Ich zeichne die hier so ein bisschen drüber hinaus, werden dann eh abgeschnitten. So, und jetzt muss ich es noch spiegeln, weil die leider auf der falschen Seite sind, was diese Dachneigung hier angeht. Also, wähle hier nochmal diese Wiederholung aus, gehe hier auf Spiegeln Achse wählen und spiegle das dann hier an dieser Achse. Wieder kopieren, vergessen zu deaktivieren, kein Problem, tun wir es halt löschen. Na, besser ist sie. Sie löschen, sie tun das Kopieren, deaktivieren, das hatte ich wieder, ich zeige es nochmal, was ich hier meine, ändern, dann hier spiegeln und hier war das Kopieren. Achso, erst mal auswählen. Ah, wieso ist das jetzt? Spiegeln, okay, so meine Optionsleiste weg. Schöner Vorführeffekt, wieso ist das? Hier, das habe ich gesucht, ja, hier das Kopieren, deaktivieren, ja, wenn sie das aktiviert haben, dann macht er immer eine Kopie, wenn sie es ausschalten, dann spiegelt er das Original. So, jetzt können wir das noch nach oben schieben, ja, das sehen wir, das ist fast, äh, hier unten, also hier, jetzt tun wir das hier nochmal auswählen, das wäre wirklich das, jetzt haben wir es ja ausgewählt, gehen hier auf Verschieben und schieben das hier nach oben, jetzt muss ich ein bisschen nach Augenmaß machen, na, das ist noch ein Stück, das ist noch zu weit vorne, machen wir noch ein Stück, ja, ich glaube, so können wir es vielleicht sogar schon lassen, ja, können Sie ja noch genauer justieren. ja, jetzt können wir auch das Dach hier hinten ausblenden, dazu klicken wir das Dach an, ja, wir haben ja hier die Lattung, ja, das Dach besteht ja nur noch aus der Lattung, wenn wir das Dach mal anklicken, auf Typ bearbeiten gehen, ja, dann haben wir hier, äh, quasi die Dachholzlattung und den Dachziegel und das haben wir natürlich hier drin, wir könnten noch eine Unterspannbahn mit einfügen, machen wir das vielleicht noch, je nachdem, ob Sie das für notwendig halten beim Kaltdach, ich mache es nochmal mit dazu, weil da können wir noch ein paar Sachen zeigen, zur Vollständigkeit halber füge ich das ja auch noch mit ein, gehe also hier auf Einfügen, und das ist eine nicht tragende Schicht, beziehungsweise, ne, Sperrschicht, und können Sie noch Material zuordnen, ich lasse es einfach mal so, die kann auch Null sein, ja, weil die relativ dünn sind, und habe das noch mit der Vollständigkeit mit eingefügt, jetzt kann ich das Element aber ausblenden, weil hier habe ich ja jetzt schon die Lattung und die Ziegel, kann Element ausblenden, werde allerdings jetzt hier die Unterspannbahn noch mit einzeichnen, die hat, das ist ja so üblich, dass man die halt mit zeichnet, wenn auch übertrieben dick, damit es auch wirklich auffällt, nicht vergessen wird, ja, dazu gehe ich hier auf, wieder Detailelement, also Beschriften, dann hier, wo haben wir es gehabt, Bauteil, Detail, Bauteil, und hier finden Sie jetzt auch noch die, die Abdichtungen, ja, hier die Folien, da nehme ich hier mal, ja, eine PE-Folie, und zeichne jetzt hier oben drauf meine, Abdichtung ein, das hätte ich noch, ja, können wir vielleicht so, mein Rechner ist verdammt langsam, wenn er noch nebenher mit aufzeichnet, sehen Sie mir das bitte nach, da kommt er mit dem Bildaufbau, nicht mehr hinterher, ja, ich tue es einfach mit zwei absetzen, jetzt hat er es, okay, vielleicht kriegen wir das hier doch noch hin, machen wir es vielleicht erst mal so, hier auf diese, hier auf die Linie drauf, und jetzt haben wir hier unsere Abdichtung, kann ich hier nochmal anklicken, jetzt hier nochmal rausziehen, so, jetzt geht es wirklich bis nach oben, und jetzt können Sie hier nochmal anklicken, wenn die jetzt Ihnen zu dünn erscheinen, können Sie hier noch, aufpassen, das ist die Breite von den Segmenten hier, wenn Sie auf Type arbeiten gehen, können Sie hier noch das Ganze ein bisschen dicker darstellen, ich mache es mal doppelt so dick, wenn das besser auffällt, das ist ja nur ein Detail-Element, ja, die Folie an sich ist normalerweise dünner, so, damit das auch klar ist, dass hier noch die Unterspannbahn nie vergessen wird, ja, wer will, kann jetzt hier noch einfach noch so ein, damit das in der Luft hier nicht so schwebt, hier eventuell noch eine Lattung einbauen, ja, ich habe es, wenn man den Ziegel, der liegt ja nicht mehr auf, auf dem anderen Ziegel, könnte man theoretisch auch den ersten Ziegel, ja, wenn man das halt nicht will, dass der halt gerade aufliegt, könnte man entweder die Lattung größer machen, ja, dass man hier einfach eine größere Lattung nochmal vorsieht, damit halt der gleich geneigt ist wie die anderen, oder man nimmt halt den ersten Ziegel als Einzel-Element, richtet den nochmal extra aus, und macht die anderen, die dann darauf, die quasi aufeinander aufliegen, die nochmal dann als wiederholendes Detail-Element, ja, das wäre auch möglich, ich zeige es nochmal, ich habe das hier im Vorbereitung, habe ich den Ziegel hier einzeln gemacht, ja, das geht natürlich auch, und hier, das ist quasi ein einzelner Ziegel, den habe ich gerade ausgerichtet, jetzt hier auf einer gleichen Lattung, ja, und hier die anderen habe ich jetzt hier als wiederholendes Teil-Element gemacht, das ist natürlich Geschmackssache, wie Ihnen das besser gefällt, ja, oder man macht halt die Lattung größer, damit das funktioniert, so, nehmen wir das wieder weg, jetzt haben wir das gemacht, und was fehlt jetzt noch, lass mich kurz überlegen, wir haben jetzt hier die Dichtung, ja genau, hier jetzt noch diese Abdichtung, und die mache ich allerdings ein bisschen anders, das können wir jetzt nochmal einblenden, und zwar möchte ich diese hier so gekrümmt machen, das geht mit den Standard-Abdichtungsfamilien, die es da gibt, leider nicht, ja, aber es gibt ja ein Zusatzprogramm, das möchte ich nochmal kurz zeigen, dass das kann, und zwar ist das der BIM-Booster von Mensch und Maschine, mit dem kann ich hier auch so eine Abdichtung machen, ja, die halt dann hier einen Bogen folgt, also mit denen geht es meines Wissens nicht, also keine Ahnung, wie das mit denen geht, wer das weiß, vielleicht sage ich hier Unsinn, also wer jetzt hier weiß, dass das auch mit den Standardfamilien geht, die hier jetzt mit Revit mitgeliefert werden, kann es gerne in die Kommentare schreiben, also ich muss dazu immer die Funktion von BIM-Booster verwenden, das muss ich mal kurz zeigen, und das macht man so, indem man sich hier das zunächst erstmal vorzeichnet, und dazu gehe ich hier auf Detail-Linie, und mache mir zunächst hier die Vorkonstruktion, dazu gehe ich jetzt hier auf Linie, und zeichne jetzt hier eine Linie ein, halt dann noch Kette aktivieren, haben wir eh aktiviert, und zeichne jetzt hier meine Detail-Linie ein, und jetzt schalte ich hier mal mein Modell aus, damit ich die besser sehe, also hier die Eigenschaften von der Ansicht, sage hier nicht anzeigen, und hier ist jetzt meine Detail-Linie, diese und diese, und die werde ich jetzt noch abrunden, dazu gehe ich hier nochmal auf Detail-Linie, und, na, ich muss auf Detail-Linie gehen, also dann gehen wir hier auf wieder beschriften, dann Detail-Linie, und wähle hier, ich glaube das war der Befehl, Tangente-Bogen-Ende, ich glaube mit dem oder dem hat man das gemacht, ne, Abrundungsbogen, glaube ich, der ist es, dann hier und hier, und kann jetzt hier so ein, ich mache jetzt mal irgendeinen hier, Freischnauze rein, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so, jetzt hängt er wieder, und dann eine Weile warten, jetzt hat er es, so, jetzt haben wir das hier abgerundet, und, so, machen wir vielleicht ein bisschen größer noch den Radius, den ganz so übertrieben ist, also es ist, wollen wir jetzt sehen, äh, es wird ja immer größer, wieso denn das, aber hier, sieben, ja, so, und, jetzt können wir die Detail-Linie auswählen, beziehungsweise wir finden jetzt hier, ich muss mal die BIM-Booster-Palette wieder einblenden, dazu gehe ich hier auf dieses Tool, mache das hier die Minimierung weg, so dass wir quasi alle Add-Ons einblenden, und jetzt, muss ich hier, Mensch und Maschine, und dann gibt es hier die Dichtung, und dann gibt es hier über Punkte oder über Linien, ja, und jetzt wähle ich einfach hier die Linien aus, die, die drei, und sage jetzt hier Dichtung, über Linien, und jetzt erzeugt er mir jetzt hier, die Abdichtung, ja, und die folgt jetzt hier dieser Linie, aufpassen, die erscheint jetzt hier als Gruppe, ja, wird sich hier noch benennen, der macht daraus so eine Detail-Element-Gruppe, erzeugt er automatisch, da lassen Sie sich nicht wundern, ja, wenn Sie jetzt hier auf Beschriften gehen, dann sehe ich hier, macht so eine Detail-Gruppe, macht er daraus automatisch, hier unten erscheint es jetzt, das können wir auch noch umbenennen, ja, ich würde das noch, ähm, umbenennen, damit das dann klar ist, und wir das einfach Abdichtung nennen, Abdichtung, Abdichtung, ja, man muss allerdings aufpassen, man kann diese Gruppe, warum die das so machen, weiß ich nicht, man kann die nicht wieder verwenden, nicht einfach reinziehen, oder doch, äh, ne, also die kann man nicht wieder verwenden, ja, das muss man halt nur wissen, dass das halt, zumindest nicht, dass ich wüsste, ja, dass ich die wieder verwenden lässt, äh, ja, jetzt kann ich das Modell wieder einblenden, und habe jetzt hier meine Abdichtung bekommen, ja, also das ist so ein Feature von diesen, BIM-Booster, von diesen BIM-Tools, von Mensch und Maschine, unter anderem, ja, wer will, kann da einfach mal auf der, ich werde mal die Webseite mit einblenden, und da können Sie das auch dann, also mit in die Kommentare reinschreiben, und wer will, kann da dort nochmal nachschauen, das gehe ich wieder auf hier, und sage hier Anzeigen, normal, und jetzt habe ich hier meine Dichtung, gut, ist ein bisschen, ja, passt so, ne, ist ein bisschen zu weit oben, äh, kann man sie jetzt noch bearbeiten, da muss ich jetzt auf Gruppe bearbeiten gehen, also hier auf, Gruppe bearbeiten, und jetzt kann ich hier nochmal die Linie, ach so, also erzeugt mir jetzt hier diese Einzelsegmente, also hätte vorher die Linie ein bisschen kürzen sollen, nehmen wir die hier noch mit weg hier oben, halt, jetzt haben wir zu viel weggenommen, jetzt kann ich das hier vielleicht so einfach, ne, abbrechen, also besser ist, ja, ich habe jetzt leider nicht hingeguckt, Sie tun vorher, die Linien kürzen, im Nachhinein ist das nicht so einfach zu bearbeiten, ja, aber so können wir, glaube ich, damit leben, und, und haben jetzt hier noch so eine Dichtung erzeugt, ja, äh, ein bisschen übertrieben, ja, auch hier mit der Kante, aber ich glaube, wenn man, wenn man nur gerade Sachen braucht, also ohne Bogen, können Sie auch mit dem hier arbeiten, ja, das, ähm, wer halt solche gebogenen Dinge braucht, müsste dann aus meiner Sicht halt dieses, zuerst zu für Menschen und Maschine verwenden, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe zu zeigen, äh, na, wir haben, glaube ich, jetzt alles, wir haben die Dichtung, wir haben die Dach, ach so, das Dach haben wir ausgeblendet, das passt auch, ja, hier haben wir jetzt das Dach, wir haben hier das gemacht, was Befehle angeht, haben wir eigentlich alles gemacht, ja, Detailgruppe haben wir, Detaillinie, okay, machen wir jetzt den Schnitt noch fertig, und zwar, man möchte jetzt hier noch vernünftige Schnittkanten hier erzeugen, ja, dass es nicht so aussieht wie jetzt, sondern dass man jetzt hier, und da gibt es auch, ähm, verschiedene Detaillemente, können wir dafür verwenden, und wenn wir wieder auf, äh, hier Detailbauteil gehen, gibt es da spezielle Familien dafür, äh, die finden Sie, wenn Sie hier auf Projektlad, Familie laden gehen, finden Sie die einmal, hier unter, allgemein, finden Sie hier die Bruchlinien, ja, da gibt es ja einseitig und zweiseitig, ja, damit können Sie Bruchkanten darstellen, wenn Ihnen das gefällt, Sie können aber auch, was finde ich ganz nett, ja, wenn Sie hier auf die amerikanischen Familien gehen, zufern installiert, also die englischen, hier, und dann, Detailidems, General, und dann finden Sie auch so eine Darstellung, ja, können Sie auch das verwenden, ich habe das ein bisschen kombiniert, ich habe die Darstellung kombiniert, allerdings mit dieser, mit einer Strichellinie, so, tun wir jetzt noch die, die Schnitt, das Detaillement hier platzieren, ja, gehen also hier auf Beschriften, dann auf Detailbauteil, und wählen hier die Breaklinie aus, hier diese, wo Sie die finden können, hatte ich Ihnen schon gezeigt, und dann kann ich die hier platzieren, leider ist die Vorschau so, dass ich nicht genau weiß, ob es die richtige Seite ist, ist dann nicht so schlimm, ich kann das auch im Nachhinein dann noch korrigieren, das ist hier falsch rumgedreht, ja, tun wir das mal hier probieren, Leertaste, und nochmal Leertaste, jetzt mal hier soll das glaube ich, hier ist es richtig, ja, hier unten ist es verkehrt, aber es ist auch kein Problem, können wir entweder drehen oder spiegeln, ich tue es einfach schnell spiegeln, aufpassen, kopiere, diesmal deaktivieren, und hier einfach nach unten spiegeln, so, und jetzt können Sie hier, das Element hier einfach rausziehen, so, so, ja, und Sie sehen, ich habe jetzt hier diese, diese Schnittdarstellung, dasselbe mache ich jetzt hier, tun wir das noch ein bisschen rausziehen, so, und ziehe das hier runter, und hier hoch, und wenn ich jetzt den Rahmen ausblende, dann sieht das so aus, ja, und das sieht natürlich besser aus, ja, und jetzt können wir das Ganze noch beschriften, das machen wir auch noch zum Schluss, also gehen wir hier auf, die Beschriftungswerkzeuge, gehen also hier auf Text, und ich mache es jetzt nur exemplarisch, gehe also hier auf mit Führungslinie, und tun meinetwegen jetzt mal den Ringanker hier beschriften, klicke hier rein, und setze das jetzt hier draußen ab, klicke hier her, und nenne das ganze Ringanker, 25 mal 25, ist er glaube ich gewesen, und Enter, äh, einfach hier abbrechen, schließen, so, ja, und so können Sie das dann einfach mal durchbeschriften, ja, ich denke mal, ich habe jetzt hier, ja, fast alles gezeigt, was ich wollte, ich schaue nochmal nach, ja, haben es in alle Befehle durchgegangen, ja, bis auf die Änderungswolke, ja, damit können Sie natürlich, das hat mit Details mal nichts zu tun, ja, damit können Sie halt dann hier irgendwelche Änderungen markieren, oder so, ja, aber das ist jetzt für diese Sache nicht relevant, zum Schluss noch ein Punkt, den ich hier auch noch mit ergänzen will, man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, naja, ich fange mit der Detailplanung nicht hier in der Detailansicht an, sondern bereits hier in meinem Schnitt, das war der Schnitt, glaube ich, QS1, dieser hier, na, QS2, dieser ist es, mach den mal aus, damit ich hier durcheinander komme, ja, und das könnte man natürlich hier schon, ich habe das schon mal angefangen, Dinge ablegen, ich mache das mal hier unten, ja, dass Sie sagen, ja, ich möchte halt auch schon in meinem Schnitt, gewisse Detail-Elemente einblenden, davon eine Detailansicht machen, und dann dort weiterarbeiten, noch tiefer ins Detail gehen, so, ich habe hier nochmal, noch ein Beispiel, noch was hinzugefügt, ich habe zum Beispiel hier noch ein paar Sachen, im Schnitt ergänzt, ja, ich habe hier bereits im Schnitt, im Maßstab 1 zu 50, hier ein paar Detailergänzungen vorgenommen, ich habe hier das Ansichtprofil bearbeitet, oder das Schnittprofil bearbeitet, also das hier, und habe hier noch so eine Dämmung hinzugefügt, also noch ein paar Anpassungen vorgenommen, wie wir sie eben gerade gelernt haben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, naja, ich möchte jetzt daran weiterarbeiten, in einer Detailansicht, die im Prinzip hier darauf aufsetzt, dass ich nicht alles doppelt machen muss, ja, weil gewisse Detailarbeiten, habe ich vielleicht jetzt schon im 50er Schnitt vorgenommen, und möchte die halt wiederverwenden, dann in einer Ansicht, in einer Detailansicht, und dann nochmal neu machen müssen, ja, und da können Sie jetzt, müssen jetzt Folgendes beachten, ja, wenn Sie so arbeiten wollen, wenn Sie auf die Idee kämen, zu sagen, ja, ich mache jetzt hier einfach einen Detailausschnitt drüber, wie wir das vorhin gemacht haben, ja, hier über diesen, über diese, über diese Ansicht, ja, wo Sie Detail-Elemente haben, jetzt erscheint das hier, und Sie gehen jetzt hier rein, dann sehen Sie, dass all die Dinge, die Sie da ergänzt haben, nicht mitgekommen sind, das Einzige, was Sie hier sehen, ist halt die Modellansicht, ja, aber sämtliche Details, also Anpassungen, sind hier nicht mehr zu sehen, also diesen Weg können wir vergessen, der funktioniert hier nicht, zumindest meines Wissens nicht, ja, gehe ich hier auf Löschen, und, äh, Sie können auch einen anderen Weg gehen, und der geht folgendermaßen, ja, dass Sie einfach hier an Ihrem Schnitt arbeiten, alles Mögliche noch, äh, mit diesen Detailwerkzeugen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, noch ergänzen, und sagen, okay, jetzt möchte ich das Ganze in dem Detail noch weiter vertiefen, ja, und dann machen Sie Ihren folgenden Workflow, Sie tun das Ding einfach duplizieren, und Sie gehen jetzt hier auf den Schnitt, sagen rechte Maustaste, und sagen hier Ansicht duplizieren, aber aufpassen, jetzt gibt es hier drei Optionen, ja, die eine macht einfach nur ein Duplikat von der Ansicht, sprich von der Modellansicht, ja, die erste Option würde bedeuten, äh, dass sämtliche Details, die Sie hier noch ergänzt haben, kommen da nicht mit, ja, kann ich kurz zeigen, gehe auf Duplizieren, ja, Sie sehen, das ist hier alles weg, ja, das ist nicht mitgekommen, also diese Option macht hier keinen Sinn, äh, und dann gibt es noch eine andere Option, und das wäre jetzt die mit Detailplatzierung duplizieren, ja, das können Sie auch machen, ich mache das hier mal schnell, und wenn Sie jetzt allerdings auf die Idee kommen, hier noch was hinzuzufügen, zum Beispiel, machen wir hier schnell noch irgendeinen Bereich hier noch mit drauf, ja, ich mache es ein bisschen übertrieben groß, damit das auch auffällt, ja, dann ist das zwar jetzt hier in dem Schnitt, aber hier in dieser ist es nicht mehr zu sehen, ja, das heißt, das können Sie machen, wenn Sie wissen, Sie machen, Sie werden an dem Schnitt nicht mehr weiterarbeiten, gehe also hier wieder raus, das ist auch nicht günstig, ich empfehle folgenden Workflow, machen Sie zunächst eine abhängige Ansicht, das Letztere, ja, da haben Sie eine sogenannte abhängige Ansicht erzeugt, so, macht er jetzt hier was, also heute ist hier wirklich der Wurm drin, so, also hier Ansicht duplizieren, und wir duplizieren das, abhängig Ansicht, die wird so dargestellt, die ist jetzt quasi hier eingerückt, das heißt, die ist von dieser Ansicht abhängig, jetzt haben Sie den Vorteil, wenn Sie jetzt hier was ändern, haut es mal jetzt wieder raus, dann kommt das hier unten auch entsprechend mit, aber aufpassen, ja, Sie haben vielleicht schon aufgefallen, was hier mitkommt, sind nicht unbedingt, oder wobei doch, eventuell die Ansicht, die Schnittprofile, ja, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, die kommen nicht unbedingt immer mit, ja, in dem Fall ist es jetzt mitgekommen, das finde ich super, aber im Vorfeld, habe ich das auch schon mal ausprobiert, da es nicht funktioniert, ja, ich tue mal jetzt hier zum Spaß, das nochmal verändern, das Schnittprofil, mal gucken, ob das auch mitkommt, so, na, okay, tun wir das hier, bearbeiten, und jetzt haben wir blöderweise das von unten gewählt, ich wollte eigentlich das obere haben, weil das ist eigentlich das, wo alles dran hängt, also hier haben wir es, so, und sagen hier, Skizze bearbeiten, und machen das hier mal ein bisschen größer, so, ich mache es mal noch ein bisschen mehr größer, wenn es mehr auffällt, wenn wir es besser sehen, die Änderungen gehen ja auf okay, und jetzt geht das hier entsprechend mit, und schauen wir uns das hier nochmal in der abhängigen Ansicht an, und da ist es auch mitgegangen, also hier hat es jetzt funktioniert, ja, der berühmte Vorführeffekt, ich hatte es eigentlich im Vorfeld probiert, und da sind diese Schnittansichten nicht mitgekommen, ja, da habe ich nochmal nacharbeiten müssen, aber sonst ist eigentlich alles mitgekommen, also diese Schnittprofilansichten, diese hier, ja, die waren bei meinem Test vorher nicht mitgekommen, die mussten nochmal aktualisiert werden, die Schnitte schon, also die, die, die Profillinien schon, aber die waren nicht zugeordnet zu dem Bauteil, und das muss ich im Nachhinein nochmal korrigieren, jetzt hat es gleich funktioniert, okay, super, vielleicht haben Sie Glück, bei Ihnen funktioniert es auch gleich, ansonsten kommt im Prinzip alles mit, aber aufpassen, diese Methode hat auch einen Nachteil, nämlich der, wenn ich jetzt hier auf die Idee käme, hier den Maßstab zu ändern, 1 zu 25, was natürlich auch Sinn macht, dann wird er auch hier mit geändert, ja, sehen Sie hier, ja, das muss man halt wissen, ich werde also nochmal kurz den Test nochmal zuschneiden, also natürlich, jetzt ist das nur eine duplizierte Ansicht, ja, mit allen Detailelementen und abhängig, und die kann ich jetzt hier nochmal zuschneiden, also hier haben wir jetzt eh aktiviert, und das kann ich hier jetzt einfach sagen, okay, ich schneide das zu, ja, und hier haben Sie jetzt den Nachteil, wenn Sie jetzt mit dieser Methode, unterarbeiten, dass Sie hier den Maßstab erstmal nicht ändern können, oder können Sie schon, aber die sind halt miteinander verknüpft, das heißt, Sie müssten hier erstmal arbeiten, so weit wie es geht, immer im selben Maßstab, und irgendwann, also der Zuschneidebereich, der ist natürlich hier variabel, der ist nicht verknüpft, ja, der ist schon okay, ja, Sie sehen, das können Sie schon zuschneiden, das ist schon in Ordnung, ja, aber irgendwann müssen Sie dann sagen, okay, ich, achso, letzter Punkt, was passiert, wenn ich jetzt hier noch was ergänze, kommt das hier auch mit, ja, da können wir auch nochmal gucken, wenn ich hier auf Beschriften gehe, und hier Bereich, gefüllter Bereich, dann hier Rechteck, irgendwas aufziehen, und dann sehen Sie, das kommt aber auch mit, ja, also da, das sind die beiden Nachteile, die Sie halt hier berücksichtigen müssen, deswegen können Sie mit dieser Technik erstmal arbeiten, so weit wie sie kommen, aber irgendwann müssen Sie das dann voneinander entkoppeln, ja, damit Sie halt dann hier wirklich unabhängig weiterarbeiten können, ja, das heißt, im Idealfall sind Sie dann mit Ihrem Schnitt fertig, ja, und sagen, okay, es kommt nichts mehr hinzu, und dann können Sie hier drauf gehen und sagen, unabhängige Ansicht umwandeln, und dann macht er uns hier eine unabhängige Ansicht raus, legt dann auch hier den Rahmen rumherum, die kann ich jetzt auch in eine Detailansicht umwandeln, und entsprechend dann abbrechen, ja, ist dann auch entsprechend zugeordnet, ja, also das wäre auch eine Möglichkeit, ein Detail zu erzeugen, und da hätten Sie den Vorteil, dass zumindestens dann auch die Detailänderungen mitkommen, bis die Sie hier bereits in der 1 zu 50er Darstellung gemacht haben, hier kann ich jetzt wieder auf 1 zu 50 umstellen, und dann bleibt das auch so, die werden dann entsprechend mitkopiert, ja, so dass Sie nicht nur mal bei 0 anfangen müssen, aber, sobald Sie das voneinander entkoppelt haben, und Sie fangen jetzt hier an, noch irgendwelche Manipulationen vorzunehmen, an den Detaildarstellungen, dann sind Sie natürlich dann hier nicht mehr zu sehen, ja, sobald ich jetzt hier meinetwegen, ich mache es dann nochmal schnell, hier nochmal was hinzufüge, so, Rechteck, so, dann ist das natürlich dann hier nicht mehr zu sehen, ja, das muss man halt beachten, das wäre auch nochmal ein Weg, wie Sie solche Details halt erzeugen können, und wie Sie aber sicherstellen können, dass Sie nicht nochmal bei 0 anfangen müssen, dass Sie zumindestens den Stand, den Sie bereits hier im Schnitt, mit diesen Detailwerkzeugen erzeugt haben, dann mitnehmen können, und weiterarbeiten können, leider können Sie es aber nicht dauerhaft miteinander verknüpfen, sofern die Maßstäbe dann unterschiedlich sind, beziehungsweise sofern irgendwelche Dinge hinzukommen, die Sie ändern wollen, deswegen wäre es auch denkbar, das mit der Option gleich zu machen, ja, an sich duplizieren, wäre auch denkbar, das sofort zu machen, ja, okay, so viel zum Arbeiten mit den Details, wie gesagt, mein Tipp ist für die Leute, die halt so AutoCAD, wo ist jetzt jemand, hier ist mein Detail, mein Dachanschluss, die jetzt so AutoCAD-Fans sind, die halt sagen, ich arbeite am liebsten im 2D, im AutoCAD, ich hoffe, ich konnte Ihnen das hier darstellen, Sie können das auch hier machen, ja, Sie können hier arbeiten im 3D, soweit Sie kommen, und dann einfach mit diesen einfachen 2D-Werkzeugen weiterarbeiten, und ich garantiere Ihnen, die sind dann immer trotzdem noch schneller, als wenn Sie komplett im 2D arbeiten, denn mit dieser Methode kombinieren Sie einfach die Vorteile beider Methoden, ja, Sie können erstmal im 3D arbeiten, soweit wie Sie das können, soweit wie Sie das beherrschen, soweit wie Sie das brauchen, und können dann allerdings noch im 2D weiterarbeiten, all die ganzen Dinge, die Sie halt aus irgendeinem Grund im 3D nicht machen wollen, ja, aber es ist immer noch effizienter, aus meiner Sicht, als komplett im 2D zu arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und bis zum nächsten Tutorial. Untertitelung des ZDF,